hallöchen da draußen herzlich willkommen im strömchen am samstag ja tschuldigung direkt mal was gestern ausgefallen ist aber was will man machen keine ahnung ob das wetter ist oder irgendwas aber mein kopf wollte nicht so wie ich wollte das klingt jetzt komisch das klingt ein bisschen merkwürdig einfach kopfe und daher was soll man sich da was soll man sich da quälen ist auch ohne stream schon anstrengend genug dann und da habe ich mal sausen lassen was er sausen lassen ich habe natürlich ordentlich wie es sich gehört bescheid gesagt ja aber heute sind wir wieder am start und apropos wetter hat vorhin zwar ein bisschen geregnet aber ich glaube wirklich besser wird es dadurch nicht noch eben noch eine kleine runde gegangen irgendwie ums haus straßen dampfen straßen dampfen richtig und das sage ich nicht nur so das ist wirklich so entsprechend alles klebt alles klebt irgendwie eigentlich wenn man so oft das thermometer und jetzt auch schon wieder wärmer geworden ich wollte gerade sagen ist wenigstens mal unter 28 grad aber jetzt auch schon wieder drüber ja aber diese eine zahl die erzählt nur die halbe geschichte wie ist die luftfeuchtigkeit 55 prozent naja das ist auf jeden fall relativ hoch für die verhältnisse hier eigentlich so jetzt erst mal erst mal zurück lehnen erst mal zurück gehen käffchen ist am start erst mal warmen kaffee das hilft bestimmt ja gut ich finde es sehr geil dass jetzt die die lichter nicht mehr flirren und das würde ich auch erwarten von lampen die extra dafür gemacht sind das gefällt mir gut der ochi der ist doch so ein kleiner perfektionär ist ich weiß nicht ob ihr schon gemerkt habt aber ja ja so was stört die natürlich ich weiß nicht ob es jetzt auch irgendwie angenehmer für die augen ist oder so also ich meine das flirren das sieht man halt in der kamera ob das mit der zeit auch auf die augen geht also jetzt nicht mit den lichtern eben sondern den alten keine ahnung weiß ich nicht ich finde trotzdem immer noch dass die vielleicht ein bisschen zu weit außen sind habe ich hier so viel schatten aber andererseits finde ich auch gut dann sehe ich auch mehr werde ich nicht ganz so hart geblendet nun gut aber ich habe jetzt auch schon die letzten fünf male gefühlt darüber gesprochen von daher müssen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen wieder fällt das nur so weiß ich nicht wenn ich wieder neues spielzeug habt dann muss ich darüber reden ist auch klar natürlich so ja jedenfalls ich wollte heute vielleicht eventuell direkt weitermachen mit der room nachdem der room 2 vor weiß nicht zwei drei streams also und bezwungen haben vorletzter müsste es gewesen sein oder glaube ich können wir jetzt eigentlich direkt mit teil drei weitermachen habe ich mir vorhin installiert ja ein paar andere sachen installiert aber wenn wir uns dann bei zeiten angucken es ist einfach zu viel zeug zu wenig zeit wie das immer so ist wie das immer so ist so und ich habe gesehen vorhin hat noch eier ich habe den spider gehostet bevor ich angefangen habe was macht er denn im moment so oder kurz rein gucken interessiert mich jetzt was hat er denn eigentlich gemacht ach quibblash ach ja stimmt war heute nicht hier party dingsbums irgendwie ja 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 genau 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 ich erinnere mich hier da das läuft ja im moment offenbar dass du das kennst du das kennst ist mir bewusst so also auch schon über eine stunde dabei okay genau einfach wie um es steht brauchst einfach die app jackbox.tv gehen den roomcode der dort das problem ist mindestens drei leute sein glaube ich oh nein alle drei ist schon noch sehr langweilig Ich weiß nicht, wie lang das jetzt dauern würde. Was würde ich da jetzt mal joinen? Keine Ahnung. Bitte mal ein gewisses Materlehrer, dich zu raiden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu spontan. Hallöchen, äh, Potterhead. Hallo. Wie geht's? Nein. Ich trau mich nicht. Das darf er niemals sehen. Sonst sieht er hinterher, dass ich mich nicht getraut hab. Gerade eingefallen. Ich hab heute komplett vergessen, irgendwas mit dem Kühlschrank zu tun. Außer, außer ein, äh, zuckerhaltigen Energydrink. Ich geh da schnell wieder raus. Hallo, Potterhead. Wie geht's? Alles gut? Darf er nie sehen. Das muss ich, glaub ich, erst mal ausprobieren. So als, das probier ich mal als Zuschauer aus. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ah, ja, Weekend. Ja. Ja, genau. Das ist soweit, äh, richtig. Hm. Joa, ansonsten warm. Ist warm. Aber ansonsten geht's. Hm, hm. La, 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 la. Ich merk das jetzt erst, wie das hier wieder reinhaut mit der Hitze. Kaum macht man die Fenster mal zu. Richtig schlimm. Richtig schlimm. Richtig schlimm. Hm, hm, hm. Brauchen wir für dieses Spiel eigentlich auch eine App dann wirklich? Hm. Hm, hm. Warum soll da ansonsten von Mobilgerät die Rede sein, oder? Ich muss ihn mal fragen. Ich werd ihn mal fragen, den SpyDuck. Wie das funktioniert. Ach, hier steht ja auch. How to play. Ich guck hier grad ein bisschen auf der, auf der Webseite von denen. Gucken. Uh, Zahnarzt. Ich müsste eigentlich auch mal zur Kontrolle, weil ich hab auch so ein bisschen, weil inzwischen ist es eigentlich wieder gut. Ich dachte eine Zeit lang irgendwie, dass da was ist, aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Müsste ich auch mal machen. Und, wie war's? Wie war's so für dich? Hm. Launch the game. Okay. Didi, didi, didi. Sieht ja aus wie Artwork hier von We Happy Few. Was ich auch vorhin installiert hab. Jackbox TV on your phone. Okay. Ach so. Okay. Enter Room Code. Aha. Aber jetzt also dann nicht irgendwie mit App oder so. Hm, 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 hm. Vielleicht müssen wir das mal machen, wenn ich wirklich dann auch irgendwie bei denen im Chat bin quasi. Im Voice bin. Das macht vielleicht mehr Sinn, oder? Drei Füllungen neu machen bist du denn. Und du hast nur zwei. Das ist dann komisch. Oh je. Okay. Okay. Wie alt sind die denn, die Füllungen? Wann wurde das denn gemacht? Schland ist schuld. Schland ist schuld. So ist das. Und wo lässt du das jetzt machen? Ich glaube, der Kaffee, der quillt aus allen Poren raus. Oh, die länger als zwei Jahre sollten die schon halten. Ansonsten ist irgendwas komisch. Ach so. Hm. Hm. Und warum wurde das dann in Deutschland gemacht? Warst du da gerade unterwegs, oder wie? Oder auf einmal mit an drei verschiedenen Stellen Probleme gekriegt, spontan. Oh Gott, ich werde, ich werde, ich halte es nicht aus. Es wäre viel zu warm. Es ist furchtbar. Alter, ich muss, ich, erinnert, erinnert ihr mich bitte daran, viel zu trinken? Das ist wichtig. Hm. Oh je. La, 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 la. Die, die. Mir lässt das keine Ruhe. Mir lässt das keine Ruhe. Ich sag mal Hallo, oder? Hallo. Ein gewisser anderer Streamer will, dass ich demnächst einen Vorderstriebe. Hey, Ochi, ich grüß dich. Mir lässt das keine Ruhe. Bist du gerade nicht live gegangen? Doch, ich bin live. Ach, Ochi. Ochi streamt unseren Stream. Hi, grüß dich. Doch, ich bin live. Ochi. Jetzt höre ich mich doppelt. Ochi streamt unseren Stream, ja. Ich glaube, ihr habt ihr wahrscheinlich auch gehört, oder? Auf meinem Handy halt. Furchtbar. Furchtbar. Also sehr unprofessionell. Ja. Kommt gerne mal in unsere Lobby. Also jeder... Soll ich das... Spidak? Hey, Potter. Ich trau mich nicht. Soll ich das wirklich machen? Kannst du für meine... Kannst du für unsere Sicherheit garantieren? Ich hab dich jetzt, äh, wie du unschwer erkennst, wieder auf Stummen, ne? Ah. Na, nicht du. Den Ochi. Also... Nicht getraut. Soll ich das wirklich tun? Ihr braucht übrigens kein Smartphone, ne? Das geht auch am PC. Kommt ruhig rein. Ihr könnt ja... Ihr könnt ja auch mitmachen. Los, Potterhead, rein. Rein, Jackbox TV. Und dann gucken wir. Du hast dich nicht getraut. Hm. Ich kann's ja mal auf dem Handy probieren. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, dass ihr mein... Das, was ich hier mach, halt sehen könnt. Oder nicht. Ochi, willst du nicht zu uns irgendwie in den Discord, damit wir auch irgendwie kommunizieren können? Ich mein, irgendwie können wir schon kommunizieren. Nicht so. Ja, das Ding ist, Ochi hat ja mein Stream laut. Das heißt, ich würde mich dadurch nochmal selber... Ich überlege jetzt, wie könnte man das machen? Ich könnte die in Discord, ich könnte in deren Discord gehen, wahrscheinlich. Komm gern rein, warte mal. Ich schick den Link. Ah. Ja, vor allem Ochis Stream ist aufgemacht und sehe, wie der wieder kippt, weißt du? Ach du je, das ist ganz kompliziert jetzt. Warte mal. Gut. Aber da müssen wir den Kanal, äh, wir müssen den Channel wechseln. Ah, ich wusste doch, das gibt Probleme. Ich wusste doch, das wird kompliziert, wenn ich das probiere. Ich hab's schon mal probiert, ich fand's nicht so. Was ist denn das? Das ist sowas... So, wie kann ich denn hier... Also, es wird dir auch nicht gefallen. Join a server. In Minecraft nur, dass du, äh, also auch so eine Voxel-Grafik quasi, wo du halt alles abbaust, dass du halt irgendwie durch Portale gehen kannst und immer neue Welten besuchst. Ich guck mir das an, warte mal. Und es sieht aber noch kitschiger aus als Minecraft. So. Oh, ich hab' wie gesagt, hab' davon mal gehört. Ich bin ja nicht mehr so krass in der Szene. In der Szene. Szene. So. Ja, warte mal, doch, davon hat mir ein Arbeitskollege erzählt. Der findet das ganz toll, der hat das irgendwie gefühlt, weiß ich nicht. Ich glaub, ich hab' keine Permissions auf dem Discord. Die machen das ganz hochprofessionell jetzt hier. Ich hab' keine Ahnung, was ich hier mach'. Mal gucken, was passiert. Du hast keine Permission auf dem Discord? Aber wir haben doch... Ich glaub, du musst die Stream... Du musst in die Streamaufnahme reinziehen. Ja, ja, stimmt, das hatten wir extra gemacht. Ja, du hast... Ich glaub', Ochi, du kannst in den Dragonbyte-Fan-Channel gehen und dann kann er dich rüberziehen oder... Ja, ja, geh mal in den Dragonbyte... Den müssen wir unbedingt... Dragonbyte-Fan-Channel. Push-to-talk-required, das ist nicht so gut. Hey, Ochi, Alter, du bist stummen. Der ist noch muted. Hey, Ochi, Alter, du bist stummen. Der ist noch muted. Aber das ist nicht von uns aus. Nee. Also, ich kann ihn nicht anrufen. Aber das ist nicht von uns aus. Nee. Also, ich kann ihn nicht anrufen. Okay, warte mal. Ah, wir haben Push-to-Talk, okay. Ah, ja. Ah, wir haben Push-to-Talk mit den Permissions. Ah, ja. Ich muss jetzt hier auch den... Das hier mal ausmachen. Nein, das brauchen wir nicht. Das wird eh noch... Habe ich nicht. Ich habe nicht... ...doppelt. Nicht... Genau, jetzt höre ich die schon mal über Discord. Don't Starve. Alex? Bitte? Don't Starve. Äh, habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesagt. Ich habe, ähm... Ich habe ewig mal vorgehabt, das zu spielen. Aber irgendwie... Redet ruhig über irgendwas anderes. Das ist okay. Die Motivation gehabt. Also, als Stream-Projekt wäre das quasi Motivation genug. Genau wie Raft, wo ich ja jahrelang irgendwie... Oh, könnte man spielen, aber warum eigentlich? Ich muss uns zureden, wenn ich versuche, OIS anzumachen. Code, der Code steht da. Also, jetzt müsste es aber gehen, OIS. Okay. Äh, Potterhead. Ich habe nebenbei das Handy. mit OIS-Chat. Äh, steht hier... Meine Maus sieht man nicht. Äh, ganz groß hier. J-O-C-Q. Muss ich nochmal reingezogen werden? Muss ich nochmal reingezogen werden? Weiß ich nicht. Dann, äh... So, immer noch... So, da ist... Ah, ah, ah. Hallo. Ah, Moment, 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 Moment. Erstmal sind auch hier leiser still. Erstmal noch hier leiser still. Hallo, na? Geht's? Ich geh doch nicht leise. Wie geht's? Ja, wie geht's dir? Geht's dir besser? Ja, danke der Nachfrage. Geht gut. Äh, Chat, könnt ihr... Könnt ihr die anderen auch hören? Das ist, äh, die wichtige Frage natürlich. Ist ja schön, wenn ich die hören kann. Mh, mein Chat müsste dich hören können. Okay. Cool. Also, wir haben ja grad beim... beim SpyDuck deinen Stream gehört und da hat man uns gehört. Der hätte meinen Stream an, Alex. Nein, du hattest ja seinen Stream an. Deswegen, wenn du es hören kannst, können es die anderen ja auch hören. Ich hab irgendwann... Ja, ja, ich hab irgendwann beides gehabt. Also, Stream und Discord. Da hat man euch doppelt gehört. Und jetzt hab ich den Stream ausgemacht. Wenn ihr mich dann immer noch gehört... Äh, wenn... ihr euch dann bei mir immer noch gehört habt, dann habt ihr erst über Discord gehört. Alles gut. Ja. Ja, ja, das ist alles... Muss so sein. Hm. Ein Potterhead ist schon mal dabei. Cool. So, ich hab überlegt, ob ich, ähm... Ob ich vielleicht, warte mal... Das doch auf dem Handy mach, weil ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn mein Stream sieht, was ich halt mach. Mhm. Weißt du? Kommt drauf an, was du aufnimmst. Ich weiß nicht. Also, ich mach's nicht einfach auf dem Handy. Ich mein, ich hab ein Quip-Lechung gestellt. Ja, sollte. Ja, alle Monitore sind hier voll mit Zeug. Ich weiß nicht, wo ich das noch hintun könnte. Ja, auf den Aufnahmerechner, aber da ist die Tastatur hier links von mir ein bisschen ungünstig. So, also, Roomcode. Genau. Wie geht's euch überhaupt so? Ich hab hier einfach euren Stream gehijackt, quasi. Ich fühl mich ein bisschen komisch dabei. Skandal. Skandal. Zumindest mein Stream. Äh. Hä? Nein, alles gut. Ich bin, ich muss sie dir nachher mal angucken. Ich bin hier einmal drauf auf deinen Stream. Dann hab ich gesehen, dass ihr zu zweit seid und eine dritte Person gesucht habt. Und ich hab mich nicht getraut, da reinzugehen. Da hab ich mich voll schlecht gefühlt. Und dann hab ich so überlegt und überlegt und so nach zwei, drei Minuten bin ich ja doch noch mal rein. Und dachte, ich sag mal hallo. Ja, ich war grad ein bisschen verwirrt, weil ich hab, ähm, das Handy halt an, ne? Logisch, wegen dem Spiel. Und hab halt von Twitch die Benachrichtung bekommen. Ochi, ist jetzt live. Oh, cool. Äh, und plötzlich sehe ich nicht im Check. Wow, what the fuck? What the fuck? Wir fangen mal an. Einfach. Okay, ich hab keine Ahnung übrigens. Ich hab das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, was geschehen wird. Such dir einfach was Lustiges aus. Nur kleiner Tipp, lies nicht die Frage vor. Okay. Okay. Wir fangen einfach mal an. Ja, wir schauen einfach mal. Human Fall Flight, ich schreib's mir mal auf, Black. Äh, und Don't Starve. Genau. Ah ja, irgendwas passiert. Oh, Hotter App muss neu starten, sagt er. Oh, ähm. Ja. Der kann die App einfach neu starten. Also die App, die Webseite. Kommt er noch in die Fashion rein oder? Äh, sollte, ja, der Code ist ja noch da. Ja, aber da kommt er als Zuschauer rein dann. Ach ja, stimmt. Er soll noch mal versuchen. Wenn er da keine Fragen hat zum Ausfüllen, dann starten wir einfach noch mal neu. Wird da eigentlich jetzt gerade auch was vorgelesen im Spiel? Also ich hab jetzt halt den Stream Sound auf. Ja, ja, das ist einfach nur. Das ist nicht so wichtig, oder? Jeder sucht euch raus. Also die Subtitles hast du ja bei dir. Ja, ja. Also das ist da ungefähr. Genau. Äh. Okay. Was? Die Frage verstehe ich gar nicht. Hm? Ah, okay. Ähm. Puh. Also es gilt, es gilt wie immer, schreibt ruhig, was ihr wollt. Äh. Du müsst heute nichts Rassistisches oder so sein. Also da bitte, da bitte ich drum, dass es nicht so ist. Aber seid gerne auch ein bisschen, ein bisschen, darf gerne schon was Schwarzer sein, wenn ihr das wollt. Humor aus. Verstehe. So, ihr habt, äh, 30 Sekunden übrigens noch. Warum muss ich jetzt zwei Fragen beantworten? Äh, jeder muss zwei Fragen beantworten. Ah, okay. Oh, ich glaube. Ah, ich hab den Chat nicht mehr auf. Äh, Potterhead, du hast das. Ah, du hast es, okay. Ich muss noch auf 20 Sekunden. Warte mal, ich stell hier mal eben auf. Quicklash. Stimmt, wenn euch nichts einfällt, da gibt's einen Button. Da steht, äh, Notfallquap, äh, Quip. Dann könnt ihr den nutzen, aber die... Notfallquark. Du hast die Gelegenheit verpasst, Notfallquark zu sagen. Aber die Antworten sind meistens sehr random, deswegen gewinnt man da meistens nicht so oft. Meistens nicht so oft. Also, Hänsel und Gretel wäre anders ausgegangen, wenn Hänsel, hm, durch die Gitterstäbe gesteckt hätte, ein Brot oder seinen Ding Dong. Genau, dann sucht ihr euch einfach eine Antwort aus, welche ihr besser findet. Ah, okay, hier, ja. Das Ding ist, ich kenn das Märchen gar nicht. Du kennst Hänsel und Gretel nicht? Nee. Also, ich hab gehört, dass es existiert, aber ich hab's nie wirklich gesehen. Wahrscheinlich krieg ich's auch nicht zusammen, ne? Wenn ich, wenn ich müsste, ich krieg's wahrscheinlich nicht zusammen, aber, ja. Ich wusste doch, dass Peniswitze immer funktionieren. Also, es wäre ganz schön seltsam, wenn Aliens auf der Erde landen und sagen würden, bringt uns zu, Meckes, oder, okay, äh, oh, das ist blöd. Bei der nächsten Runde, äh, würde ich sagen, fangen wir einfach nochmal neu an. Das peinlichste, was Spidak je gegoogelt hat. Äh, Entengrütze, oder was ist Elgato? Äh, ich hab tatsächlich mal gegoogelt, was ne Capture Card ist, tatsächlich. Oh, warum kann ich nichts auswählen, irgendwie? Echt? Ja, weil du, die Antwort, äh, weil die Antwort von dir ist. Ach so, ah, okay, natürlich. Du wüsstest ja, äh, welche Antwort du nimmst. Ich glaub, das peinlichste, was ich jemals gegoogelt hat, war, Nee, von Dragon. Worüber Schaufensterpuppen ständig nachdenken? Also, dass sie so fett sind, oder wo sind meine Kleider? Wo sind meine Kleider? Hey Mann, wo ist meine Kleider? Hey Mann, wo sind meine Kleider? Oder dass sie, das Sieb so fett sind. Ja, das muss ein Tottel sein, der das eingetippt hat. Ach, das war ich, stimmt. Ja, das war mir klar, das machst du immer. Ich hab extra gewartet, bis die Zeit vorbei war. Tippfehler werden belohnt, natürlich. Die grauenvollste Garnierung für einen Kuchen. Wir haben Double Whopper oder keine Antwort. Ochi, du hast davon profitiert. Ja, ja, nur deswegen. Ansonsten hätte ich also, ne, natürlich. Meine Musik im Stream passt einfach so überhaupt nicht im Moment. Wobei, ja, weiß ich nicht. Ist so ein bisschen, so ein bisschen Aufzug Musik. Ochi, du bist leider von denen, die Antworten eintragen könnten. Der Letzte, ich bin natürlich der Erste. Aber je weniger. Musst du das so formulieren. Ich hätte auch das Letzte sagen können. Ich hätte auch das Letzte sagen können. Was haben wir hier? Boah, nee, das wird zu hart. Äh, 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 puh. Hm. Äh, äh. Mal gucken, ob das einer versteht. So. Ihr habt, äh, 50 Sekunden. Wieso ist denn das eigentlich so kurz eingestellt? Alex, waren das nicht immer 90 Sekunden, die ich eingestellt habe? Äh, ich hab 90 gesehen am Anfang. Okay. Oh mein Gott. Was ist das für eine Frage? Jochen ist auch schon fertig. Ihr habt 20 Sekunden noch. Black, Dragon. Ich bin schon fertig. Sehr schön. Echt, man kommt da nicht nochmal rein. Hallo Jay. Das ist total bescheuert. Hallöchen Jay. Sagt Hallo Jay. Hallo. Hey Jay. The Room Stream ist ja doch ein wenig anders. Ja. Ja. Machen wir gleich. Ja, ja, der kann auch dazu kommen. Machen wir gleich. Der kann auch gerne dazu kommen. Ich hab einfach mal Spyducks Stream gekapert. Kannst ja auch dazu kommen, wenn du magst. Also, ein Spitznamen, den der Rattenfänger von Hameln lieber nicht seiner Flöte hätte geben sollen. Blasstäbchen oder Musikschlong. Ich hab was angefangen mit den Peniswitzen. Sorry Black, aber ich fand Blasstäbchen noch ein bisschen lustiger. Oh. Aber Musikschlong ist auch okay. Musikschlong ist nichts. Nach Kartoffelsalat. Nach dem Fleischsalat. Jetzt neu. Hm, Salat. Wir haben der Film Kartoffelsalat oder Sojasalat. Hey, Sojasalat ist okay. Aber ich weiß, dass einer... Die Rückkehr. Der Film Kartoffelsalat. Von Black. Oh. Der Film Kartoffelsalat hat einige Punkte geholt. Offenbar. Übrigens, wie die Leute jetzt so spät waren. Es gibt immer noch die Möglichkeit, ins Publikum zu kommen. Und dem Ochri vielleicht die eine oder andere... Was? Wofür man Karotten noch benutzen kann. Anhaltssex- oder Abflussrohrreinigung. Hm. Stell ich mir schwierig vor. Ja, ich... Das eine. Das andere nicht. Das andere ist ganz logisch. Draggy. Okay. Ah, Potter, das könnte wieder antworten. Ochri hat... Äh, Katz. Draggy hat aber die Runde gewonnen. Äh, was wollte ich sagen? Genau. Für die Leute, die, äh, ähm, nicht mehr an Spiel teilnehmen können, ihr könnt zumindest... Ups, das war der falsche Button. Äh, zumindest im Publikum kommen und die Antworten benoten. Also, daran erkennst du, dass deine Ehe zerbröckelt. An den Löchern der Gummipuppe oder... Die war irgendwie von mir die Antwort. Der denkbar schlechteste Ort für Kartoffelsalat ist... Im Kino oder hinter der Heizung? Kartoffelsalat im Kino? Hm. Warum nicht? Diese Runde ist sehr Kartoffelsalat. Die gesunde Alternative oder so. Ach man, vor allem Black hätte es eigentlich verstehen müssen, weil seine Antwort davor auch. Kartoffelsalat quasi, war der Film. Es gab mal einen YouTuber-Film, Kartoffelsalat. Der war sehr schrecklich. Ich kenne den nicht. Ich weiß, dass du den nicht kennst. Also, der Punktestand. Und wer hat gut aufgeholt? Oh, Black und Draggy haben mich überholt. Och, du bist leider immer noch freundlich. Ja, ich bin nicht ganz hinten. So, wir kommen zum letzten Lash. Mal gucken, was das wohl sein wird. Ich wette, es wird wieder Ward-Lash. Ich erkläre es gleich, sobald ich es sehe. Erkro-Lash. Genau, ihr kriegt jetzt eine Abkürzung. Und ihr müsst euch ein Wort hinter dieser Abkürzung quasi entscheiden. Zum Beispiel hier, DJS. Irgendeine lustige, wofür DJS stehen könnte. Ach, du Scheiße. Ja, da habe ich auch immer Probleme. Boah. Boah, nee. Egal, ihr habt noch 20 Sekunden ungefähr. Black ist auch durch. Fehlen nur noch ihr beide. Ihr habt jetzt 15 Sekunden. Och, ihr und Alex. Zehn. Neun. Alex, du hast noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Ah. Ah, sehr gut. Also, wofür steht eure Meinung DJS? Der jahrzehntelange schlong. Deutsche. Ja, sag das Hecke. Der Jubelschrei. Der jute Samariter. Oder DJ Schlonsnase. Jetzt könnt ihr euch, ich glaube, ne, die Goldmedaille. Also nur ein gutes auswählen. Ne, zwei. Zwei? Ah, ohne Silber. Okay, weil vier Antworten. Okay. Äh, hier. Und den finde ich auch gut. Ne, drei sogar. Nur ein. Also, ihr wählt jetzt aus, welchen ihr am besten findet, welchen am zweitbesten und welchen als drittbestes. Ach so. Hm. Hier, nehmen wir das. Also. Der jahrzehntelange schlong ist, das ist Alex. Das ist dein Humor. DJ Schlonsnase. Ja, mir ist wirklich nichts anderes eingefallen. Ordentlich Punkte gekriegt. Yay. Aber ich bin nicht schloss. Du bist nur stolz drauf. Ich bin nicht stolz drauf. Oh, auch hier hat die Runde gewonnen. Och, auch hier hat die Runde gewonnen. Also, müsste er ein paar Punkte gut gemacht haben. Awesome. Nice. Awesome. Ich glaube, Black hat gewonnen. Dabei habe ich nur ein Drittel der Abkürzung ausgeschrieben. Oh, Och, nee. Alex, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Du hast die Krone. Er hat die Krone, Leute. Och, du bist noch zweiter geworden. Ich bin irgendwie hier. Scharf. Davor. Irgendwo dahinter. Ich weiß nicht. Irgendwo dahinter. Irgendwo dahinter. Weiß, Spider ist gar keine Ochicam. Der Jay, der muss schon die Browser stapeln, sagt er. Was? Ich habe tatsächlich bei Dax Stream in einem Tab und dann Ochic in den anderen und ich gucke dann Ochicam. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Moment. Spielen. So, der Code. Oh, getrennt. Eigentlich nicht sehen. Moment. Upp, upp, upp. So, der neue Roomcode. Auch gerne Ochis Zuschauer. Kommt gerne dazu. Einfach auf jackbox.tv gehen. Irgendeinen Namen überlegen. Könnt auch irgendwas, was nicht auf euch schließen lässt, falls es euch zu peinlich ist. Oder ein bisschen trollen. Ein bisschen trollen. Und einfach den Code eingeben, der da steht. B, F, Q, E. Also, ich habe Ochic streamt übrigens auf dem Handy und muss den immer hoch und runterziehen, wenn ich meine Antwort eingeben will oder wählen muss. Eine Runde mache ich noch. Dann müssen wir noch ein bisschen was anderes machen hier. Room. Alles gut. Hey, Jake, Kloxen. Wir haben doch noch was vor. Ja, aber schön, dass du das hier gekommen bist. Ich finde es lustig. Ich finde es lustig, so spontan einfach mal. Vor allem, ich weiß nicht, du moderierst das ja. Ist eigentlich sehr easy für mich. Weißt du? Das denkt der Alex auch immer. Möchte doch jemand dazukommen? Dann würde ich sagen, warte mal noch, so zwei Minuten. Der Jay, der wird doch bestimmt jetzt auch dazukommen, oder? Also, ich bin mir ziemlich sicher, der Jay kann sowas. Das ist ganz schlimm. Bei solchen Spielen, ich bin viel zu unkreativ, glaube ich. Ach, ich auch. ein bisschen üben. Ich auch, deswegen kommt doch immer so ein Irgendwann. Der Jay, der ist lieber. Aber das kann man nebenbei machen. Eben. Ey, Juno, SGW, danke für das Follow und willkommen im Spionagedienst. Hallo, Juno. Sag dem schönen Juno, so wie dem Ochi gerade, mal schön Hallo. Alex, das war dein Einsatz. Ach so, ich dachte, das war ein Chat. Ja, sorry, ich war gut abgelenkt. Keiner fühlt sich angesprochen. Vielen Dank für das, hey, oh ja, mach doch gerne mit, Juno. Äh. Geh auf jackbox.tv mit deinem Mobilgerät oder einem anderen Gerät, um beizutreten. Alex hat eben alle Geräte vorgelesen, die dieses Spiel spielen können. Ah, alle. Die haben alles gemacht. Es geht sogar auf Linux. Eeejo. Das wolltest du doch gerade anspielen, oder? Sag mal, ist euch auch so heiß? Ey, Alter. Es ist unfassbar gerade. Es hat vorhin geregnet, das ist, das ist schlimm, weil jetzt darf alles. Wir hatten ja hier im Wetter warm. Mir hat's auch geregnet. Und halt die Hitze von gestern nochmal. Wir hatten, hattest du das nicht auch? Du bist ja nicht weit weg von mir, Ochri, soweit ich das verstanden habe. Ähm, es war die letzten Tage einmal großes Badabumm, aber jetzt, gestern, heute geht's eigentlich. Ja, heute hat's auch nochmal geredet. Ach, du spielst Pokémon Y und schaust nur nebenbei zu, ist ja auch okay. Was hast du genommen als Start-Pokémon, Juno? Dann starten wir jetzt einfach übrigens. Das ist, äh, das, ey. Potterhead sagt kühl, glaub ich nicht. Niemals. Froxy, Froxy ist ne Superwahl. Der gute Ninja-Frosch. Ich habe tatsächlich drei PC-Lüfte um mich herum aufgestellt. Ich hab meinen blöden, ich hab nur so einen USB, äh, ähm, Ventilator, den hab ich gleich auf der Arbeit vergessen. Total bescheuert. Ja, weißt du, am Tag, bevor es hieß, ey, ihr geht jetzt alles schnell eingepackt, was einfällt. Es war halt noch nicht mal Frühling, weißt du? Denk doch nicht an meinen Ventilator. Gut. Was haben wir hier? Äh, 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 ach hier, ja. Auch in dein Stream ist mir im Weg. Das tut mir leid, ich versuch mich ganz klein zu machen. Du bist gar nicht schuld, du kannst gar nichts dafür. Ähm, boah. Puh. Ah, ich hab's, ach ja. Ochie und Potterhead sind schon fertig. Ich jetzt auch. Draggy auch. Black, nur noch du, wir warten noch auf dich. Du hast 40 Sekunden ungefähr. Ich find das Prinzip eigentlich ganz gut, dass man sich ja jetzt auch nicht irgendwie groß App installieren muss oder irgendwas. Ja, nur ich, ich muss das Spiel kaufen. Ah, okay. Hm, na gut. Irgendwo, mit irgendwas müssen die ja. Alles in den Browser. Für Euro, mal. die seltsamste Zutat für Studentenfutter. Studenten ist gut. Oder Mikrochips. Wählt weise, ich hab meine Wahl getroffen. Ah, auch hier gegenüber. Ah, Studentenfutter aus Studenten oder für Studenten? Weiß nicht, woraus das Baby wird. Eben, eben. Hm. Vor allem, ich hab bei der Antwort an euch beide gedacht. Wegen Mikrochips quasi. Ja. Was sagen Ziegen die ganze Zeit? Mähdrescher oder, boah, zehn Samen Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. Das ist so heilig, ja. Zehn Samen Ziegen zogen, zehn Zentner Zucker zum Zoo. Ja. Es gibt aber einen Fleißbonus. Ziegen, oh, Black hat gewonnen. Tut mir leid, Alex. Ziegen ist seit gestern ein heikles Thema hier auf diesem Stream. Was? Wieso das? Ja, die Brigitte, Alex, die du getötet hast. Du hast getötet. Ein abgelehntes Superhelden. Ich war oben auf der Brücke. Ich glaub, da hab ich kurz reingeguckt. Ich glaub, ich weiß, was ihr meint. Ein abgelehntes Superheldenfahrzeug. Das Popo-Mobil oder das Schlongo-Mobil. Ochi, du hast einen Punkt von mir bekommen. Ich glaub, wir haben einen Favorit für die Runde. Ochi räumt hier ab. Der hat zwei richtige, 200% Quip-Lays hier geschafft. Yay. Ein guter Grund, um einem Restaurant eine Null-Sterne-Bewertung zu geben, ist, der Kunde spült selbst oder kein Brot. Irgendjemand hat's hier heute mit seinem Brot. Hey, Marci, grüß dich. Schön, dass du da bist. Dragon gegen mich. Ich hab gewonnen, Alex. Ja. Kommt gerne übrigens ins Publikum. Ihr könnt immer noch, in Anführungszeichen, mitmachen. Was haben wir? Was ist eigentlich die Flüssigkeit in Lavalampen? Das ist eine gute Frage. Chemiekacker oder Uransperma? Och, Leute. Das ist Quip-Lash. Heute geht's halt echt in so eine krasse Richtung. Das ist Quip-Lash. Also sowas wie, ja, wie kann man's vergleichen? Ich sag ja mal, wie Cards Against the Humanity ist. Aber, äh, Against the Humanity. Aber eigentlich auch nicht so ganz. Ich frag mich, wer auf Platz 1 ist. Boah, ganz. Früher gab's auch so ein ähnliches Spiel. Oh, ganz, ganz früh haben wir so ein ähnliches Spiel mal gespielt. Das waren auch Anfangszeiten vom Internet. Aber ich weiß nicht mehr, wie's hieß. Hatte auch so einen ganz komischen Namen, glaub ich. Bestimmt hab ich irgendwo noch Screenshots davon. Ah, ich weiß nicht. Okay, würd mich da trotzieren. Zeig mal. Ja, ja, muss ich mal, muss mich dran erinnern. Muss ich mal raussuchen. Oh, äh, hier. Schreiben. Ähm. Ähm. Boah, das wär so naheliegend. Ey, ich bekomm die ganze Zeit so Fragen, die einen einladen, irgendwas Sexuelles zu schreiben. Ich weiß auch nicht. Ich mein, das ist ja nicht mal so weit hergeholt oder so, weißt du. Die laden einen förmlich ein. So, ich hab's. Ihr habt 30 Sekunden ungefähr noch. Ähm. Ja, Mars, dann, ähm, schau einfach gern zu. Dann, ähm, wirst du sehen, worum es in Quiplash geht. In, äh. Äh, machen wir aber auch nicht den ganzen Abend. Gehen nachher auch mal in, äh, Scribble. Äh, schauen wir mal. Haben wir heute einiges vor. Draggy ist fertig. Ihr habt ungefähr noch 15 Sekunden, Ochi und Black. Okay. Nur noch Ochi. Zehn Sekunden. Äh. Denk dran, du musst deinen ersten Platz verteidigen. Ich möchte dir ja keinen Druck machen. Drei, zwei, eins. Ach, shit. Too late, too late. So heißt eine Limonade für Limousinefahrer. Fanta oder Limo Limo? Boah, wein ist das schon relativ gut. Ich, äh, nehm das. Ach, das ist ihr beide, okay. Ah, okay. Tut mir leid, Ochi. Och, alles gut. Limo Limo schon, hatte schon was. Ich hab nicht gedacht, aber okay. Der wahre Grund, warum die Aliens aufgehört haben, dich zu entführen. Knoblauch-Diät oder, boah, das Arschloch ist zu groß. Was? Ich werde jetzt, ich werde jetzt aus Prinzip das Jugendfreie nehmen. Tut mir leid, Potterhead. Ja, das ist die Frage, die ich meinte, weißt du. Ich hatte vorhin auch das mit den Karaten. Okay, gut, das sieht ihr ähnlich. Der schlimmste Sonderwunsch, den man bei der Pizza-Bestellung ins Kommentarfeld schreiben kann. Keine Pizza, nur Schling im Katar. Das hätte sowas von meine Stimme bekommen. Black. Ein Haushaltsmagazin für Bienen. Klebriger Honig oder Bild? Mikro-Management. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe das zweite nicht. Ja, ich hab schon mal gewählt. Ah, okay. Irgendwie gut. Mikro-Management. Danke. Wofür jeder Deutsche stimmen würde, eine Pipeline, eine Handtüche auf den Liegestuhl-Pipeline oder eine Bier-Pipeline. Ich hab mir wählt. Handtücher rausgeschossen. Vermutlich. Auf alle Liegestühle in jedem Hotel in der Welt. An jedem Pool. Ja, ich muss das nehmen. Tut mir leid. Bier-Pipeline? Es ist halt stumpf, aber es ist gut. Der Witz ist, ich hatte die für die Bier-Pipeline, aber ich hab gedacht, nee, komm, das ist so nahliegend. Ja, das wird bestimmt irgendjemand nehmen. Abgesehen davon gab es die schon in Deutschland. Echt? Ja, stimmt. Ja, bei so einem Wacken-Konzert, da haben die das direkt aus der Brauerei dahin in Pipeline gelegt. Da rutsche ich ab. Übrigens, Black ist wieder auf Platz 1. Mal gucken, wie es aussieht. Alex auf Platz 2, Ochi auf Platz 3. Ich bin irgendwo dahin. Irgendwo. Wie konnte denn das passieren? Ich weiß es nicht. Weil die Bier-Pipeline witziger war. Ich finde es übrigens nice, wie der Ochi gesagt hat, ja, ich bin überhaupt nicht kreativ und so, um uns in Sicherheit zu wiegen und jetzt geht er ab. Sucht euch ein Musical aus, das mit Schleim irgendwo in dem Titel beinhaltet. Mir fällt nichts ein. Schleim. Black ist schon fertig. Dem ist sehr schnell was eingefallen. Keine Ahnung. Ochi und Potterhead. Jetzt nur noch Potterhead. Du hast 20 Sekunden ungefähr. Ich muss den Delay einrechnen. Sagen wir mal 10. Und ein Musical mit Schleim. Schleim daheim. Schleim ihn rein. Der Schleimer der Opa. Arschleim. Schleimschlokmatschsalat. Okay. Das ist gut. Das ist auch gut. Oh Mann. Ja, Bildungsauftrag erfüllt heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war ja noch nie so schlimm wie heute. Komm, bist du da. Übrigens, ich habe Arschschleim genommen, weil mir viel nichts mit Schleim einstatt. Du hast aber trotzdem drin. Aber Schleimschlokmatsch ist Alex. Der hat es erkannt, wie es heute läuft. Potterhead hat trotzdem die meisten Punkte geholt. Und ich glaube, Draggy, du hast damit heute gewonnen. Schon wieder. Hallo, Kapifu. Hey, ho. Auch von mir. Hi, Kapifu. Hi, Kapifu. Oh ne, Black. Black, Glückwunsch. Er hat die Krone. Glückwunsch. Glückwunsch. Ole, ole. Mit so einem Abstand zu mir. Und irgendwo war ich da auch. Irgendwo war ich da. Also irgendwo in der Liste so zwischen 1 und 5. Ja, 2 und 5. Nice, Black. Ja, Glückwunsch. Einmal Applaus für Black. Ja, ja. Hey. Ich hoffe, das hat sich nicht so eklig angefühlt gerade. Oder auch so komisch angehört. Alex. Alex halt. Das weiß ich nicht. Ach so. Doch, ich war noch eine Runde. Ja, wir spielen gerne noch eine Runde. Chat, wollt ihr noch mehr? Macht auch. Hier, der Jay muss jetzt aber mitspielen, oder? Der hat bestimmt zu Ende gegessen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Bestimmt. Ich weiß nicht, was du da hast. Der Kapifu. Aber ich denke, Kripplech, das kann ich besser als dein Essen. Es ist ganz einfach. Du kriegst Fragen, kannst dir irgendwelche Antworten ausdenken. Und dann wird bewertet. Und wir gucken im Übrigen gerade bei SpyDuck, falls du dich fragst. Ich habe ganz spontan da eingeschaltet. Ja. Jay, das ist gar nicht schlimm. Ich bin auch überhaupt nicht kreativ, wie du gerade gesehen hast. Ich bin... Kann man übrigens einfach im Browser spielen. Also ich bin immer noch sehr verwundert, dass so viele Leute meinen Namen so lustig und kreativ finden. Den ich so... SpyDuck. Bin geschlotzt. Den ich einfach so geschlotzt habe. Ich bin immer noch sehr verwundert. Ihr meint das alle nicht ernst. Ich habe den Namen ja nicht verstanden, bis er mir erklärt wurde. Dann fand ich ihn auch ganz gut. Ah, ja. Wenn man nicht so Pokémon-affin ist. Ja, eben. Eben. So, äh... So, ähm... Ah, da ist wieder der Texthänger. Oh, ich bin das Sternchen. Das Sternchen. Ich bin wieder Dreieugige. Ich bin der Sarg. Könnte mal, glaube ich, für den nächsten Monat. Das müsste, glaube ich, der 5. September sein. Aber an dem Tag bin ich leider ein bisschen beschäftigt. Ich muss mal gucken, ob wir vielleicht... Oh, echt? Mit was denn da? Wer bei Animal Crossing aufgepasst hat, weiß es. Uh. Jetzt habe ich es eigentlich schon verraten, wer das Spiel kennt. Oder vielleicht eine Woche später. Muss ich mal gucken. Ich habe in der Woche auf jeden Fall Urlaub. Und kann dann ganz viel Fan-Stream machen. Kabi! Kabi traut sich, Jay! Cool. Der sieht ja wirklich fast aus wie ein Fuchs. Ja. Mit so Öhrchen, oder? Jay ist auch dabei. Komm, wir warten bis Punkt 20 Uhr. Das ist eine Minute. Äh, eine Sekunde. Warten wir noch eine Minute. Vielleicht will irgendjemand auch mitmachen. Einen Platz haben wir noch. Einer geht noch rein. Traut euch. Einer geht noch rein. Ja. Ja. Jay? Ach, Jay ist dabei. Jay ist da. Wen haben wir noch? Äh, wir weißen nicht. Außer Dragon manchmal. Weiß nicht. Bei mir gibt es keinen mehr. Glaube ich. Ein Bot kann noch reinkommen. Lurkser. Lemon Juice oder so. Lurkser. Ja, der ist bei mir auch immer. Und Let's Do The Streamers. Keine Ahnung. Und irgendein komischer Typ. Irgendwie Spyduck. Juno. Juno. Juno ist dabei. Wer möchte, ähm, der keinen Platz ergattert hat, kommt gerne ins Publikum. Wohin wählt einfach aus, welches ihr besser findet. Ich sag euch auch immer unterschwellig, welches meins ist. Ähm, Marzikdos. Hallo. Marzi. So, ich würd sagen, wir fangen an. Äh, drei. Ach man, ich bin schon wieder außerhalb des Fensters. In drei, zwei, eins. Go, go, go. Quiplash. Falsche Antworten gibt es nicht. Mit so vielen Leuten. Ja, mehr geht auch nicht. Na. Ei, ei, ei. Dieser Moderator, ich weiß nicht, ob ihr den hört, der ist es, ich find das so lustig. Naja, ich hör's hier leider nicht, weil sonst hör ich euch doppelt. Naja, ich hör nicht. Aus dem gleichen Grund. Aus dem selben Grund, ja. Also, erst mal muss ich, nein. Müssen wir dich, glaub ich, mal. Sag mal. So, erst mal verschieben wir dich mal. Ich kann dich nicht verschieben. Na doch, verschieben wir dich erst mal hier rüber. So. Also, was haben wir da? Ähm. Ähm. Nehmen wir das. Und, äh. Oh, Juno ist schon fertig. Ach Gott, jetzt kann ich das schreiben. Ich pass mich mal dem Niveau an. Oh, das ist schlimm. Ah. So, ihr habt ungefähr 30 Sekunden. Juno, kein Thema. Wir schreiben alle nur Scheiße auf. Ich weiß nicht, ob du die ersten zwei Runden gesehen hast. Wir, weiß ich nicht. Wer fehlt denn da eigentlich noch? Äh, ich hab den Überblick verloren. Jay, Jay fehlt noch. Ey, du hast, äh, sag mal, fünf Sekunden ungefähr. Und mit Delay und so. Vielleicht an die Neuen jetzt auch, man muss halt zwei Fragen beantworten. Vielleicht, vielleicht schicken ja manche schon ab. Und denken, damit hat sich's dann. Stimmt. Also, der schlimmste Song, der bei deinem ersten Mal laufen könnte. Tainted Love. Oder I'm a Barbie Girl. Wer auch immer Tainted Love hat, finde ich gut. Äh. Oh Gott, ich hatte diesen Song schon vergessen. I'm a Barbie Girl? Ja. Den hab ich tatsächlich vor zwei, drei Tagen freiwillig bei YouTube angemacht. Oh Gott. Ja, das ist schon so ein bisschen Nostalgie auch, ne? Ich weiß nicht, den hat ich plötzlich im Kopf. Ich muss den loswerden. Ja, auch hier ist Tainted Love, okay. Aber Black mit I'm a Barbie Girl hat den Geschmack der Leute getroffen. Ähm, für die nächste Runde, es gibt, ähm, Jay, es gibt so einen Knopf. Falls dir wirklich nichts einfällt, kannst du einen Notfallquip einsetzen. Dann wählt das Spiel für dich eine Antwort. Also, was man nicht hören will, während man nackt für einen Kunstkurs posiert. Och, der ist süß, darf ich mal anfassen? Oder, du hast einen kleinen. Oh, das ist eine tiefhängende Frucht hier. Aber das ist immer ein bisschen verzögert mit den Antwortmöglichkeiten. Oh, tut mir leid, wenn ich ab und zu meine Musik, meine Hintergrundmusik, äh, Summe, ihr hört das ja gar nicht. Gar nicht, ja, das ist gar nicht so schlimm. Och, süß ist, äh, darf ich den mal anfassen? War, hat auch mein Humor getroffen. Sorry, Juno. Äh, eine seltsame Sache, die Linkshänder einfach besser können. Regenschirme geschickter tragen bei Sommer oder... Ah, Jay ist, äh, bleib ich sagen. Regenschirme geschickter bei... Das ist vielleicht... Ja. Kavi, Glückwunsch. Das will ich sehen. Ob das wirklich effizienter ist. Pommes rot-weiß war gestern. Der neue Pommes-Trend ist Pommes blau-weiß. Oder Pommes weiß-weiß-rot-stock. Das kriegt meine Stimme. Pommes weiß-rot ist so stumpf. Übrigens, Kavi und auch Potterhead, ihr könnt auch in den Chat von Spider kommen, wenn ihr mögt. Wir haben einen Gleichstand. Da geschehen die Dinge im Moment. Oder am besten in beide Chats. Alle Streams, alle Streams anmachen. So, bei deinem Job brauchst du keine kugelsichere Weste, sondern eine Weste, die dich vor... Sperma-Spritzern schon. Okay. Jetzt hätte ich schon gern noch den Kampf gehabt hier gegen jemanden. Ein sehr, sehr süßiges Geschäft. Dänisches M-Lager. Dänisches Bettenlager oder... Lager oder bettisches... Dänisches Kekslager. Ich war noch nie in so einem dänischen Bettenlager. Ich weiß, es gibt... Ich hab immer nur die Werbung gehört. Ich hab keine... Das heißt aber eigentlich wirklich so, oder? Dänisches Bettenlager. Ja, ja. Aber das Kekslager hat gewonnen. Boah. Ist nicht so schlimm, Jay. Ein bisschen lustig trotzdem. Daran kennst du, dass dein Hund ein Vollidiot ist. Läuft gegen Bäume oder im Miaut? Achso, ich mein, wenn der Miaut ist, der multilingual ist. Ja, war ich sehr schlau, genau. Eigentlich ziemlich, äh, ja. Ist trotzdem gut. Finde ich auch. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Wenn er gegen Bäume läuft, könnte er auch einfach nur blind sein, ne? Ja. Yay! Ja, ziemlich ausgeglichen. Ja, wir brauchen Leute im Publikum. Es wäre ziemlich cool, als, hm, wiedergeboren zu werden. Wiedergeboren als Pokémon oder als du? Hm. Das wäre schon cool. Als ich wiedergeboren zu werden, wäre schon cool. Nee, Pokémon hat natürlich meine Stimme bekommen. Es tut mir leid. Juno, Glückwunsch. Dann schauen wir uns mal den Spielstand für die Runde an, für die dritte. Kabi, hey! Und wir haben auf Platz 1, Kabi, ja, Kabi, dahinter Potterhead. Es ging wahr zu schnell, ich weiß nicht, wer auf Platz 3 war, aber ich war es nicht. So, genau, es gibt Doppeltpunkte in der zweiten Runde, das habe ich total vergessen zu erzählen. Und... Ach, so ist das. Genau. Falls euch das nicht einfällt, ihr habt einmal die Möglichkeit, pro Runde einen Notfallquip einsetzen. Aber ihr könnt damit rechnen, dass die Antwort ziemlich random ist. Gut, ihr habt ungefähr eine Minute. Kabi ist auch schon fertig. Joa, Potterhead auch. Und Black. Fehlen noch Juno, ihr beide und, ähm... Jay. Auchi, fertig. Ich habe noch keine Ahnung. Oh. Er ist ja on the spot. Sachen und auch, überlegen. Jay ist fertig. Sehr gut. Draghi, fehlt noch. Ich habe es gerade gesagt. Juno, Juno. Nimm zur Not einen Notfallquip. Zur Not einen Notfallquip. Einfach mit der ganzen Handfläche draufdrücken. Einfach BAM. Ist direkt unter Abschicken. So, was haben wir? Die nächste große Castingshow. Deutschland sucht... Deutschland sucht das Kleingeld oder den Pornostar. Heute, wie gesagt... Geht in eine Richtung. Meinst du, mit der Antwort muss man jetzt heute einfach gewinnen? Genau, aber das Kleingeld fand ich schon irgendwie witzig. Hatte ich heute in der Kasse übrigens. 10, 20... Wohnt du noch oder... Wöö... Oder schon tot? Wöö ist bestimmt ein Notfallquip. Oder da fehlt der Rest? Wahrscheinlich Potter hätte... Verklickt, hat er hier gesagt. Ah. Passiert. Was sollte es denn heißen? Funktioniert Was haben wir? Etwas, das man in Angela Merkels Wohnzimmer finden kann Angela Angela ist so so stumpf das gibt's auch in meinem Wort Sorry für Sekundenkleber das ist auch gut, aber Entschuldigung das ist genau mein Humor Sorry Alex Ja, ich muss doch zugeben, das ist ziemlich gut Ist auch faktuell also, weil ich hier war ja in Quarantäne Ja, sehr gut Quadratisch, praktisch Ochizockt oder lilafarben Danke Derjenige wusste genau dass ich das jetzt nehmen muss Natürlich muss ich das Ja Oh Danke Ich wusste nicht, ob ich noch TV dahinter schreiben soll Was sie mit König Kongs äh King Kongs Leiche gemacht haben Essen oder Leichenschändung Ja Ungefähr dasselbe Nee, nee, nee Nee, warte Hey, warte mal Leichenschändung ist was anderes Das Thema Das heute Was heute Äh Ziemlich dominiert Welchen Punkt Ich wollte schon sagen Heute ist es irgendwie besonders Keine Ahnung Ähm Ich werde jetzt was Auch die Fragen, weißt du Ja Ich werde heute demonstrativ Nur noch die Antworten Äh Punkte geben Die nichts mit diesem Thema zu tun haben Das geheime Fahrgeschäft Im Freizeitpark Mit dem nur Milliardäre Milliardäre fahren dürfen Äh Dildo Reiter Jetzt für Großkirche Die Goldachter waren Mir lässt das keine Ruhe Wie dieses Spiel früher hieß Aber das Da hat man auch manchmal so So dämliche Antworten gegeben Einfach Es war echt Sorry Jono Ich hab mich verdrückt Ich fühl mich ein bisschen In die Zeit zurückversetzt Ja Ich bin ja benutzt Euer Gerät Aber du meinst nicht Stadtland Plus, oder? Nee, nee, nee Ein liebgemeinter Zwischenruf Bei einer Comedy Show 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 Lass mich mal lieber machen Oder du bist scheiße Das kannst du auch Family Guy Ja, das machst du toll Ja, das bist du super Und dann Peter Du bist scheiße Ach, ja Ich glaub ich hab verraten Dass es meine Antwort ist Ja Das hat eigentlich Funktioniert Yay Aber lass mich mal lieber machen Ist eigentlich auch gut Wenn der Klapperstorch Nicht gerade die Babys bringt Dann ist er In der Ostsee Planschen Oder unattraktive Feuerbärmänner Das ist doch so ein Notfallding, oder? Ja, ich glaub Ich hab das ausgewählt Weil ich dachte Da fehlt wahrscheinlich Ein Wort dahinter Was ich mir gerade denke Jetzt interpretierst du da noch was rein Ja, tatsächlich Ja, mir ist echt nicht dein Gefallen Und ich war fast Ist er Feuerwehrmänner Ja, vermutlich Ich hab mir gedacht Er macht Was anderes Und es hätte Nur nicht mehr gereicht So Kavi Müsste glaube ich Vom ersten Platz Ja Spider Auf dem ersten Platz Jetzt was kann ich mir merken Wer auf dem ersten Platz ist Ganz dicht gefolgt Ich hab gar nicht mehr Auf Platz 2 geguckt Ich mein, Platz 2 Ist schon der erste Verlierer Also Sorry So, der letzte Lash Was haben wir? Ein Word Lash Das heißt wieder Das wie eben Ihr habt ein Wort Und müsst irgendwas ergänzen Also Ergänzt Ein Chart-Hit Mit dem Wort Teig Im Titel Juno hat den ersten Platz Von hinten Ja Das stimmt Um nicht zu sagen Dass du letzter bist Das stimmt Kavi ist sehr schnell fertig Äh Äh Boah Mir fällt nichts ein Entschuldigung Was Erstmal einen Schluck Kaffee Ich möchte übrigens anmerken Dass ich sehr stolz auf mich bin Weil kein einziges Mal Michael Wendler Stimmt Der kommt jedes Mal vor Michael Wendler Michael Wendler Kommt immer vor In jedem Stream In jedem Quickplay Stream Boah Ich werde die jetzt Kommt Jey Wer fehlt? Äh Juno Juno Du hast noch so ungefähr Vergiss es Du hast So Was haben wir Eincharted Papa Teig mir Teig mir deine Teig mir deine Eye of the Tiger Boah Das ist gut I want a Teig Oder Teigtaschenmangel Das nehmen wir Ist schon Ist hart Also ist harte Konkurrenz Ah Und das Ich finde den Wort Das Wort Spiel gut Ah I want a Teig Eye of the Tiger Äh Teig mir Ne Teig you Teig me Teig me forever Da hat er wahrscheinlich auch Äh Hat jemand auch in das Wort Äh Teig Gedacht Was haben wir So Zeigt uns das Silber Wer hat da ganz viele Oh Potterhead hat da Die meisten Silber Und Gold Ich glaube wir haben Eindeutig einen Gewinner Yay Und Ja Glaube ich erst wenn ich sehe Spidak Hat die meisten Punkte In dieser Runde bekommen Das bedeutet Zum ersten Mal Das ist das erste Mal Gewinne ich in meinem eigenen Stream Eine Runde Quiplash Das allererste Mal Ja Spidak Das allererste Mal Mit 8600 Punkten Dahinter gefolgt Auch gezockt Dann Potterhead Und Da kann ich mit leben Habe ich jetzt nicht Äh Glückwunsch Noch eine Runde Yay Black möchte noch eine Runde Gut aufgeholt Das stimmt Können wir gerne machen Da kommen wir ja sonst So nix Egal Von mir aus Egal Egal Alles egal Oder Lava Szene Nochmal Kavi sagt auch Nochmal Nochmal Na dann Na dann kann ich jetzt ja auch nicht widersprechen Das wäre jetzt ja schön blöd Jetzt einfach abzuschalten Oh der Code ist cool Der ist gut zu merken Wir haben den Code UU CO UU CO CO UU Draggy ist schon dabei Cavi J Oh das ging ja Schlag auf Schlag Potterhead Ochi Juno Und Black Falls noch jemand dabei ist Hier der Nur denkt UU Das war auch Schnellgeschwindig Kommt gern ins Publikum Und stimmt zumindest ab Dann können wir Gleichstände dadurch Ja Entgegenwirken Gleichstände entgegenwirken Ja Spidercetter Was hast du gesagt Spidercetter 2015 20 Ah ok Ja das wir gerade haben Weißt du Ach das Ja ich hab das schon verdrängt Und gleich haben wir sogar 2020 auf der Uhr Gut Ich würde sagen Starten wir schon mal Den Code seht ihr oben rechts Falls jemand ins Publikum möchte Kommt einfach dazu Ich hab hier zwei Flaschen Wasser stehen Nice Die eine ist auch schon fast leer Boah ich muss auch was nachfüllen Aber hallo ey Ah das ist aber nicht wirklich Was man sieht meine Maus Ah man sieht meine Maus Das wusste ich gar nicht Kommt Das kommt einfach Hier unten Ach das ist Text von dir Gar nicht vom Spiel Ich hab schon gedacht Wie blöd ist das denn Design das da so Über dem anderen Text Alter Ich weiß nicht ob ich es richtig geschrieben habe Moment So Kami ist fertig Ich bin fertig Es fehlen alle anderen Ihr habt ungefähr 45 Sekunden Der Occi bütet so was zusammen Was 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 Occi ist durch Occi ist durch Ich bin komplett durch ey Occi mit den Fragen Ist er auch schon durch Juno auch Wählen noch Jay Black ist auch durch Jay ist fertig Potter ist auch fertig Ich weiß nicht Ich hab leider vergessen Wer der letzte ist Draggy ja Stimmt Ich hab gedacht Du hast nur so getan Aber Du hast meine Gefühle verletzt Was Bäume denken Wenn sie ihren Syrus abzapfen Oh Tiefer Oder Yeah baby Zapf mein Saft Was meine Nachbarn jetzt wohl gerade denken Oh Tiefer Yeah baby Zapf mein Saft Sag es noch laut Ähm Ne ne Ich will euch nicht ins Ohr brüllen Ich hab übrigens neue Nachbarn Oh tiefer Oder Yeah baby Zapf mein Oh tiefer Werden dich direkt kennen So Kabi Glückwunsch Die gruseligste Vorstellung Ist Das Spive Black nie Animal Crossing Angefangen hat Äh Deine Mutter In Lack und Leder Das ist echt so gruselig Ernsthaft Deine Mutter Leine Mutter Leider geil Es ist nämlich sehr gruselig Sehr Hab ich auch genommen Es ist sehr gruselig Dass Animal Crossing wirklich das erste ist Was ich am Tag mache Dann erst Die Zigarette So Das macht der 80er Fernseher Außerirdische Alf heute Trash Metal Oder auf Sofa Sitzen Bier Saufen So das nehme ich Ich werde euch Dies Ich werde versuchen Nicht Zu beeinflussen Ja Die langen Haaren Die mal waren Die mal waren Ein Lied Das alle Hintergrundmusik Äh Alle Hintergrundmusik Bei einer Samenspende Laufen könnte Never gonna give you up Oder Never gonna give you up Pech Tut mir leid Ernsthaft War die selbe Antwort Und ich hab eine Errungenschaft Dafür bekommen Durch diese hohe Gasse Muss er Was Off werden Oder schlonzen Das ist noch nie passiert Aber auch keine Tippfehler oder so Weißt du Ja Ah eben Äh Strange Sehr strange So echt krass Äh Äh Schlonzen hat hier auch gewonnen Okay Du bist schuld Oh hier Ich bin unschuldig Ich bin unschuldig Damit ein schlechter Anwalt Seine Verteidigungsrede eröffnet Wir haben einmal Das ist Chewbacca Oder mein Dant ist schuldig In allen Sinnen So ich gehe in Juno Ah es gibt South Park Kellner Hat Jackbox eigentlich Nur dieses eine Spiel Bisher Nein Die haben ganz viele Partyspiele Aber ich hab mir Blöderweise Nur dieses eine geholt Statt direkt das Günstigere Paket Ah Sonic der Hedgehog Hipstern Sonnenblumen Sonnenblumen Oder Hipstern Hipstern in Klammern Werb Hä Okay Da muss man aber schon über Um drei Ecken denken Hm Hm Ich würde außerdem gern wissen Wie das mit einem Sonnenblumen funktioniert Aber vielleicht kann mich da ja jemand aufklären Vielleicht haben die irgendeinen Es Äh Na Ähm Hier Äh Wie heißt das So ein Mittel halt Drinnen Vielleicht Gib mir deinen Saft Oder so Ja So die erste Runde ist vorbei Ach ja War wieder so lustig Wie davor Danke für eure sehr Ähm Qualifizierten Antworten Och ist auf Platz 1 Dank seiner Einfach ein in jedes Loch Scheint Schon geht nichts mehr rein Sagt äh Kabi Oh man Eieiei Niveau Niveau Fehl Ja So Runde 2 Kommt gern ins Publikum Und äh Votet Oben Steht's Puh Ah Ich weiß jetzt schon Dass ich dafür keine Punkte kriege Weil keiner von euch den kennen wird Ähm Puh Oh man So ungefähr 25 Sekunden Würde ich sagen Um ein bisschen den Delay Einzuberechnen Ochi Ähm Kabi Ne Kabi ist fertig Ähm Jay Potet Danke Und Black Ne Black ist schon Äh Boah Äh Juno Juno Jay Und Der andere Ochi Ochi Entschuldigung Was Du hast ja schnell geantwortet Da schliffst du daran Ich war sehr konzentriert Tut mir leid Senf Senf Scham 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 Arme Behaarung Kratzt Ne Scham Behaarung Scham Weiß nicht Black So 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 behaart Ich kenne Black auch tatsächlich nicht so gut Also sein Animal Crossing Charakter ist es nicht auf jeden Fall Aber Senf verstehe ich nicht so gut Super Super Der auch geht schon komplett weg Boah Entschuldigung Lachflash Die Namen werden immer so random ausgewählt Black Ah Boah ich muss hier gleich lüften Ich halte es nicht aus Was Es wäre sehr seltsam Wenn sich Toni Kroos für Hm Engagieren würde Croissants Oder dem FC Barcelona Nach dem Spiel gestern Ich habe keine Anfälle Das ist ein Fußballer Achso Okay Ganz zu Recht Weißt du ich wusste Weil du Weil Oh sorry Weil Alex ich dich mit Fußball auskenne Potterhead hat es verstanden Danke Potterhead Ist wahrscheinlich nur verklickt Er hat es verklickt Wenn den in der Geschichte der Menschheit noch nie jemand gesagt hat Plazenta oder Grubel Grubel Narv Narv Plazenta ist auf jeden Fall ein Notfallquip Ja weiß ich was Und Gobbelgobbel Narv Narv etwa nicht Was Ne Ah Der Jay war sehr Sehr Kreativ Ah Plach Und hat alle Stimmen Glückwunsch Was man seinen Kindern nicht sagen sollte Wenn der Hund gestorben ist Er ist Zigarren holen Oder Er ist nicht tot Er wurde nur verfahren Oh Er ist Zigarren holen Finde ich gut Wer Wen meinst du Black Also Wer Wer ist Ah Gleichstand Schade Warum so hat jeder gewonnen Oder jeder verloren Alle waren Sieger Ja Ein wirklich seltsame Geschäftsidee Meatwaschbären Oder Meat Es kann sein Dass das sie ist Ich weiß nicht ob der Gobbelnarv Schon mal sein Sein Badewasser verkauft hat Kondome Black 100 Punkte Glückwunsch 100 Prozent Hat der Charakter von Black gemacht Der seltsamste Sponsor Den man auf einem Formel 1-Wagen schreiben kann Michael Wendler Oder Vagisiel Hält eine Wacht Oh Leute Das ist doch Wagisiel Ich muss mich dagegen stellen Tut mir leid Aber Ich hab gedacht Michael Wendler Ja Siehst du hier Er ist ein bisschen Ein bisschen die Ehre deines Streams gerettet Egal Ich bin Michael Wendler Schlimmer als Ah eben Wenn du am Finger deines Onkel ziehst Muss er furzen Wenn du auf den Finger tanzt Muss er Muss er Kacken oder Schwan Was Bitte Bitte was Ich weiß Ich weiß nicht Was das zweite ist Ach er hat mich beeinflusst Ach er hat mich beeinflusst Was Ich sag ja Erinnert Das kannst du nicht nehmen Das ist zu assi Dann hast du auch gesagt Bitte was Das passiert Wenn man zu viele Hotdogs isst Boah Kackwürste Oder Durst Wobei Das erste stimmt ja tatsächlich Irgendwann Ja Irgendwie schon Frechland Boah Ohren warm Boah Ich bin komplett fertig ey So dann schauen wir mal Den Punktgestand an Ich hab den Überblick verloren Wer so gut gepunktet hat Black Black war diese Stimmt Black und Jay hatten 200er Quips Ihr seid ungefähr Sogar punktgleich Runde 3 Jetzt entscheidend Ich wette Ist es wieder ein Wordlash Ich krieg immer dasselbe Pro Runde Ja Wordlash ist besser Als Agrolash Du musstest es beschreiten Das ist ein Agrolash Also ihr habt Habt FGO Ach Mist Wieso ist da ein F drin Ich weiß Wofür Der auch gehört Wird Äh Zumindest ist da kein S drin So ich und Kavi Entschuldigung Kavi und ich Sind schon fertig Ihr habt Die Layern richten 25 Sekunden Black Black Auch schon Am Start So Für euch Ihr habt noch 20 Der Rest würde ich sagen Ja ihr solltet euch Vielleicht ein bisschen Beeilen Wenn ihr das hört Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Ui Da scheinen Eiligen Nichts Ich hasse Afro Dings Bums Schrecklich Also wir haben Freie Geile Oberleitungsbus Dann haben wir FuckamonGo Oder Friedrichs Geile Oma Ey warte Wir haben da noch Andere Wir haben noch Frigide Gollum Organisation Stimmt Hier wird mir auch Mehr angezeigt Äh Friedrichs geile Wurzelzeug Ne Das nehmen wir Das war's Den könnt ihr jetzt leider Wegen der Anzahl der Antwort Nur eins auswählen Achso Ich weiß nicht Das ist so ein komischer Bank Wenn irgendeiner seine Antwort Vergessen hat Wären da immer so Zwei Figuren noch Angezeigt Ah Okay Jay hat es Aber es war leider Ein bisschen zu spät Hat vielleicht das System Noch Antworten Hinzu Erfunden Damit Naja Damit man irgendwie Mehr Auswahl hat Keine Ahnung Könnte sein Von wem waren das gerade Mit der Fuckgood Organisation Jetzt hab ich's Ausgesehen Nur so aus Interesse Er hatte die Frigide Gollumse Ja Black Black hat gewonnen Glückwunsch 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 Gewonnen hast du heute Ein Gobbel Gobbel Narv Narv Nice Nice Und Mietkondome Und Mietkondome Ja Von den zwei Sachen halt Puh Das waren Wie das heißt Einer geht noch Wie sieht's bei dir Und deinen Leuten aus Weiß nicht Leute Deine Gang Deine Gang Brainstorm Ja Vielleicht Brainstorm Da liegen für natürlich Die kleinen Ochis Ochi und die kleinen Ochis Leider Ich glaub So ein Begriff Wie kleiner Ochi Solltest du heute Nicht verwenden Das Niveau ist Ziemlich im Keller Kabifu 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 Ah Der alte Code ist da noch drin Mist Ochi und die Ochinauten Ich gucke gleich Sowas 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 Von Lüften Es nutzt nur Nix Das Lüften Ja Ich weiß Ich hab Mein Fenster Neben Bier Es ist direkt Neben Ui DT Nicht Ui Uaa Das ist was anderes Na gut Einen noch Einen noch Dann brauch ich aber Schon aus Gründen Eine Pause So Unterhaltet ihr mal kurz Die Leute Ich muss mir wirklich Noch was zu trinken Meine zweite Flasche Ist nämlich jetzt auch Macht hier einen Stream Weißt du Der macht hier einen Stream Und dann sagt er Unterhaltet ihr mal die Leute Ja Ja Tut mir leid Weißt du Das ist wie so jemand Der irgendwie einen Stream startet Und dann einfach in einen anderen Stream reingeht Und diejenige dann die Unterhaltung für ihn machen lässt Weißt du Ja ja Kann ich mir nicht vorstellen Und diese Leute Machen doch nicht mal selbst die Unterhaltung Sondern sie spielen so ein Spiel Wo die Leute Ja Die zugucken die Unterhaltung machen Weißt du Richtig Ja 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 Hab ich auch schon gehört Ganz schlimm Stimmt so Das spieg ich nicht Das Gute ist Die Flasche Wasser ist nicht so weit Also es ist so Vielleicht nur Fünf Sekunden Kleinen Moment Ich hatte das jetzt eigentlich schon Als Unterhaltung gedacht Dass du Zeit hast Die Das Wasser zuholt Aber Egal Ja es hat mich auch überrascht Dass er nochmal Dazugekommen ist Puh Ja okay Was Also eigentlich wollten wir ja The Room 3 spielen Aber ich wollte das jedenfalls Keine Ahnung Ob das irgendjemand anders auf dieser Welt wollte Aber ich wollte das Genau Das ist ein Spiel Das ist richtig Der Jader ist auch dafür Das ist ein Rätselspiel Den zweiten Teil haben wir letztens schon mal gespielt Und den ersten Teil habe ich irgendwann schon mal mit jemandem gespielt Ohne Aufnahmen Ohne Stream Ah Moment Das geht doch im Multiplayer Also das ist so ein Escape-Roll-Spiel Oder das Ja Ja Kann man vielleicht auch so nennen Es ist ein sehr ruhiges Rätselspiel Wo man wirklich einfach nur Die Umgebung genau beobachten muss Die Umgebung navigieren kann In einem relativ kleinen Bereich so The Room eben Ähm Genau Ohne Zeitdruck Und Rätsellösen eben Deswegen meinte ich Es gibt Oh das gibt sogar in VR Es gibt auch eine VR-Version Die würde ich mir auch irgendwann mal angucken Ja Hm Sehr interessant Das ist sehr gemütlich Ich bin wieder da WB Danke WB Mit einer vollen Flasche WB Ich bin schon eingeloggt Ja Wer möchte noch Kann noch gerne ins Publikum Jetzt nicht mehr Doch doch Immer noch Achso Haben wir das jederzeit Javi Vielen Dank Was Hier du Du wirbst mir meine Zuschauer schon ab Meine Subs Das ist ja unfassbar Vielen Dank Für das Stufe 1 Abo Ja willkommen in der Enden Gang Nur Sag mal Sag ihm mal Allein Herzliches Dankeschön von mir Leck mich Das ist mein Mod Ich darf das sagen Ja Das ist die längste Zeit Mein Mod gewesen Ich hätte fast das Wasser Aus dem Mund Splort So Boah Bist du sehr willkommen als Mod Ich würde dich nämlich nie ausspannen Nein Ähm Ja Gute Frage Kavi ist schon fertig Kavi ist Guck ich relativ Wie heißt denn das Starkwertig Kann das sein Das wäre jetzt immer Einer der Ersten Das ist krass Wie eine Peitsche Mann Die Zeichenbegrenzung ist doof Ja das stimmt So Ich bin auch fertig Fehlen noch der komplette Rest Außer noch Draggy Auchi Es fehlen Black Es fehlen Jay Es fehlt Juno Ich hab irgendjemand vergessen Es fehlt Black Das ist ein gutes Spiel Um sich Namen zu merken Ja das stimmt Ah Nein Ist die Zeit abgelaufen Nein Warum Ich hab aber jetzt die Zeit zu zählen Eine Frage Scheiße Ich hätte mehr was ich an Gott stellen würde Tut mir leid Wieso hab ich auch noch Frauen gemacht Warum hab ich meinen Spider geschafft Boah Boah Was eine Ich nehme Man kann eine bestimmte Person immer daran erkennen Dass da ein Spider hinten sitzt Ich nehme Ich nehme Juno Aus Gründen Ich wusste nicht dass es schon Juno ist Aber Schiebung Was man niemals sagen sollte Wenn man auf der Landstraße von der Polizei angehalten wurde Der wurde wirklich sehr schwarz Man fährt sonst in der anderen Pistolentasche Oder Ich bin durch Lassen sie mich arzt Auch wenn irgendwas kommt mit Alkohol oder so Aber ist es mir leider nicht eingefallen Ah Gleichstand Kommt ins Publikum Einfach auf jackbox.tv UiDT eingeben Müsst ich glaube ich noch nicht meinen Namen eingeben Wenige wissen davon Aber es war der lustigste Moment beim letzten Abendmahl Gebiss vergessen Oder die Suppe lief über Achso Das Aber es gab doch Suppe Von daher Gebiss ist nicht so Es wird übergewartet War auch noch Suppe da Ich bin beides nicht so toll Sorry Alex und Kavi Ja ja Mir ist auch nicht richtig eingefallen Aber die Suppe war ein bisschen besser Aber die Suppe lief über Könnte auch eine Anspielung darüber sein Das ist da der Übergelaufen Das ist zu leise Was bedeutet es Wenn eine Flagge auf Dreiviertelmast hängt Die Schwanzparade Oder Wenn einer so schlonzige Arme hatte Schwanzparade Ich finde das Ich finde das Das ist gut Judas Zieh an meinem Finger Jay Gut sehr gut Die lustigste Ich fand das ganz gut Das ist ja jemand Uiuiui Du schlonzige Arme hatte Und deswegen nur Dreiviertel geschafft hat Eben Das wollte ich eigentlich noch dazu schreiben Aber Ja Zu lang Das seltsamste Talent Das man bei einem bunten Arm Zur Schau stellen könnte Helikopterpilot für wilde Nächte Knoten mit der Zunge machen Ich 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 Frage nicht Woran ich bei Helikopterpilot für wilde Nächte gerade denke Was Was genau gemeint ist Ich glaube das ist ein ganz schlimmes Spiel Für so Leute Die irgendwie Immer so Fünf Minuten später Die richtige Antwort Irgendwie Ja das stimmt Kriegen Und sich dann ärgern Das nicht gesagt zu haben Ja Black Black Es ist genau das Was ich denke Mit deiner Antwort Das letzte Was du im Haarballen Deiner Katze finden willst Die Frage hatten wir schon mal Den Hund Entschuldigung Den Hund hätte ich echt gut gefunden Ja er hätte Ah ok das ist doof Zur Not einfach ganz schnell runter gehen und klicken Irgendwann wird sich Deutschland in Hm umbenennen Schland Oder Pillemann Pillemann Arsch Das erste kann aber tatsächlich sein Schland ist irgendwie so Idiocracy Style Wahrscheinlich wird das echt irgendwann passieren Irgendwann kann das wirklich sein Niveau ist das ja Das Niveau ist heute im Keller Das wird sich glaube ich heute auch nicht mehr Ein Satz den man nicht in einer Flaschenpost erwarten würde Ups falsche Adresse oder Ochri Ja da war ich Ja Du bist schuld Du hast nämlich nicht Bescheid gesagt Du weißt was das witzige ist Ich hab daraus profitiert Na Achso achso Das kann ich nicht sehen natürlich Ja 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 Das weißt du Herr Edmund Gut der ist auch Platz 1 nach der Hüstengruppe Kabi Kabi Danach komm ich Vergessen wir das Ich sollte schneller lesen Ich gucke immer wer der letzte Allen mitteilen Dass ich im guten Mittelfeld bin Dankeschön Ja Ja okay Du bist ja schon Auf jeden Fall nicht letzter Ich hab 90 Sekunden Boah der ist böse Den nehme ich Äh Ihr habt 50 Sekunden ungefähr Ich bin schon fertig Ich bin schon fertig Ochri ist auch fertig Fehlen noch Alex Juno Black Cubby Juno In dem Moment wo ich sage Jetzt sind sie fertig Äh Wie heißt das Äh Ich bin stolz auf euch 30 Sekunden noch Für Black Alex Ich glaube ich bin schon Mir fällt echt nichts mehr ein 20 Sekunden noch für Black Äh Jay Und Potterhead Achso sorry Alu Akbar Die einzelne Tränen herunterläuft Der letzte Apfelring Oder Heuleise Ich finde das eine besser Als das andere Da verliert jemand Ah So soll's da hin Alles gut Glückwunsch Auf jeden Fall Jay mit der letzte Apfelring Fand ich tatsächlich besser Fanden einige auch Tut mir leid Juno Ja Apfelring Hey Branks Grüß dich Mein Freund Hallo Hallo Branks Was nur Was nur du weißt Die Abkürzung RTL Steht für Danke für die 6 Bits Mein Freund Vielen Dank Dafür steht das Das ist immer merkwürdig Äh Für Also RTL Könnte stehen für Realtalk Luschen Oder das Titel Lied von Friends Das ist ein Äh Notfallquip Und danke nochmal Für die 7 Bits Branks Also insgesamt 3 Bits Vielen lieben Dank Du hast den Freitag Zum Rechnen gebracht Nochmal 9 Das sind Warte Ähm Scheiße Nicht das Gehirn überhitzen Ganz kritisch Ganz kritisch Erkläre woher Die Babys kommen In 3 Worten Vom Schwarzmarkt Ist es Oh Anders in den Langstrang versannt Äh Äh 15 plus 7 Sind 20 22 Vom Schwarzmarkt Schwarzmarkt Ist übrigens ein Wort Amazon Langstrang Oh ich muss wählen Potterhead Äh 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 Kavi Glückwunsch Nein Das kann nicht passieren Aber wobei Es ist Eigentlich müssten alle Zuschauer Die hier sind Jetzt auch bei mir sein Oder Eigentlich Womit kann man sich den BH ausstopfen Womit kann man sich den BH ausstopfen Wenn man keine Zeit hat Schildkröten oder Enten Ich mach's immer mit Enten Äh Branks Danke nochmal für die neuen Bits Ähm 1 Ah Das sind 31 Okay Verstehe Vielen Dank Schildkröten oder Enten Black gegen Jay Wir sind ja In der Entengang Daher Tut mir leid Black Für was brauchst du Tittis Achso Ja Er macht's mit Enten Welche Erinnerung Versucht Juno zu unterdrücken Was geht euch das an Oder Dass Foxy Der Starter ist Sorry Das waren gerade sehr viele Eindrücke Oh nochmal 32 Bits vom Ochi Deswegen ist er plötzlich so still Vielen lieben Dank Bitte Gerne doch Ich wollte ja den Platz 1 haben Ist ja klar Ja klar Und die anderen motivieren Äh Juno Glückwunsch Und 32 Eine so schöne runde Zahl Der Name Eines Kochbuchs Das von einem Cowboy geschrieben wurden Am Lagerfeuer Oder Keine Antwort Keine Antwort Ja Das stimmt 32 32 Ist eine schöne Zahl Das Schlimmste Am 날 Ein menschliches Gehirn in einem Roboter-Körper zu sein. Äh, piep, trr, öh, Arschjucken. Einfach mal plump. Ochi, du hast meine Stimme, tut mir leid. Das ist schon okay. Kavi hat sich sehr viel Mühe gegeben, da was richtig Cooles, Authentisches zu schreiben. Ja, das stimmt. Ochi schreibt einfach nur Arschjucken. Mir tut's leid. Ei, ei, ei. So, auf Platz 1 ist damit. Diesmal gucke ich, wer Platz 3 ist. Draggy auf Platz 1, Jay auf Platz 2 und Ochi hat sich auf Platz 3 katapultiert. Wup, wup, wup. Dahinter. Wup, wup. Kavi sagt, Ochi, deswegen hat er mich abonniert. Der letzte Lash, was haben wir? Mal wieder der Word-Lash. Es gibt noch einen Comic-Lash, der kommt auch manchmal. Ja, stimmt. Äh, ein Fastfood-Resang mit Twerk. Äh, mir fällt nichts ein. Ah, doch. Ah, das kennt wahrscheinlich keiner. Egal, nehmen wir's. Ihr habt, äh, 40 Sekunden ungefähr. Ah, ein bisschen Zeitdruck. Sagen wir 30. Juno ist auch schon fertig. Ihr habt 20 Sekunden. Wenn ihr das hört, habt ihr noch 10. Außer ihr beiden, ihr habt noch 20. Ihr müsst einfach immer 10 dazu richten. Kavi, Black, fehlen noch Dragon, fehlen noch, äh, Ochi, fehlen noch, äh, Jay? Äh, äh, peinlich. Wer ist der Letzte? Ich bin schon. Ah, Black. Nee, Black ist schon. Schnell, irgendwas reintreiben. Einfach. Ah, schade. Potterhead. Potterhead war der Letzte. Ach, da steht's auch. Also, ein Fastfood-Restaurant mit Twerk. Twerkwork. Artwerk, Donuts, Frittenfett, Fritten, Fritten-Twerk, Twerkenten, frisch, gebacken, heiß serviert. Oh, was? Twerk, und? Oder Twerken-Burger? Hm. Rosetten-Twerk-Factory-Pizza. Hä? Okay. Gut. Das steht nicht auf dem Bild. Das ist doch irgendwas Generiertes. Bestimmt. Aber da müsste es trotzdem auf dem Bildschirm stehen. Erstmal Twerkwork. Eigentlich, ach, keine Ahnung. Ja, was passiert dann, wenn du es auswählst? Gute Frage. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es ausgewählt habe. Ich will jetzt mal als Dritt, mal gucken, was passiert. Twerkst, glaube ich, dieses komische Tanzen, wenn du mit dem Arsch nach hinten so... Ja, das ist es auch. Jetzt haben wir Twerken. Ja. Ist das was anderes? Weiß nicht. Ist ein Tanzspiel, kreisender Rückart. Ich lese es euch vor. Aber erst mal, ich glaube, Ochi oder ich haben die Runde gewonnen. Oder Black. So was. Ein paar Pünktchen. Black haben genau dieselben Punkte. Korpotter hat Punkte bekommen, obwohl da keine Antwort steht. das meiste Gold. Ist das irgendwie so ein komischer Bug? Ja, stimmt. Draggy, Glückwunsch. Also, laut Jake James, ist Twerk, ist ein Tanzspiel, kreisender, rückartiger Hüft- und Beckenbewegungen, mit dem Fokus auf das Gesäß, das zum Schwingen und Zucken gebracht wird. Und Draggy, das ist krass. Draggy, Glückwunsch. Das sind sehr viele Punkte. Zweitensieg, Leute. Nice. Und da ist auch direkt der Ochi dahinter. Du hast gewonnen. Einer, der Arme zu schlonzig sind und den letzten Apfelring. Der letzte Apfelring. Das hört sich an, nach so einem Roman, weißt du. Und du guckst natürlich Realtalk-Lusion. Da hast du Arsch, Junge. Habe ich das alles gewonnen? Ja, das hast du das Arsch, ich habe gewonnen. Mein Mensch, Mensch, das Niveau ist heute. Das Niveau sinkt. Es sinkt für dich heute. Gut. Geil. Gibt es zwei Stunden, glaube ich, oder? Also, ich streame schon eine Stunde und 50. Es können noch keine zwei Stunden, ach so, wie lange wart ihr denn davor schon dabei? Ich streame jetzt insgesamt drei Stunden. Ich habe um 18 Uhr schon Pokémon Street. Die letzte Stunde, die ich letztens zu früh aufgehört habe, weil ich die Challenge verloren habe. Ja, weißt du, so eine Stunde einfach nur Farm zeigen, ist, glaube ich, nicht so lustig. Ach, was? Einfach machen. Seit 19 Uhr streamen wir Kripplein. Wollen wir dann zu Montagsmaler, wie heißt denn das noch? Scribbleio rübergehen. Dafür braucht ihr aber einen PC, wer mitmachen möchte. Also, Potterhead fragt nach Room. Ich glaube, ich werde jetzt The Room machen, was ich angekündigt hatte. Alles gut. Aber war ein interessantes Experiment. War ein lustiges, lustiger Abend, das stimmt. War auch sehr spontan. Es war extrem spontan. Hallo? Spontaner geht's nicht. Jetzt tust du so, als ob das abgesprochen wäre. Nein, das war wirklich, ich wusste von nicht. Ja, nee, also, natürlich. Ich würde euch niemals anlügen. Jetzt lacht ihr so, dass es so klingt, als ob es doch ein Analog ist. Vielen Dank, Profi. Vielen Dank, es war sehr lustig. Danke euch. Am 5. September vermutlich, aber ich kündige es auf jeden Fall nochmal an. Weil es kann sein, dass ihr den Tag wirklich was zu tun habt. Aber es ist halt am 12. Das ist lustig. Das ist lustig. Gut. Ja, dann viel Spaß noch. Ne? Hat mich sehr gefreut. Natürlich schöne Grüße an die Zuschauer von SpyDuck. und... Wie bitte? Die Enten-Gang. Wir sind die Enten-Gang. An die Enten-Gang. Die Enten-Gang. Enten-Gang. Nee, Enten-Gang. Na gut. Wie gesagt... Ja, hier, Kabi-Fu, der ist der Überläufer hier. Äh, was ist denn da los? Ich finde, also ich finde jetzt Kabi gar nicht so schlimm. Na klar, der hat dir ja auch Geld gegeben. Das musst du jetzt ja sagen. Er ist halt Abonnent hier. Also Abonnenten, die finde ich immer gut. Ja, ja. Kann ich verstehen. Ich finde natürlich auch die Leute gut, die ohne Abo zu gucken. Das ist natürlich klar. Aber weniger, oder? Also schon weniger. Ich habe ja noch nichtmals verschiedene Abo-Emotes, weil ich keine Zwei-Klassengesellschaften mache. Ach so. So, so. Aber es gibt doch schon eine Zwei-Klassengesellschaft, die mit Abo, die ohne. Ja, aber die anderen, die können ja dann Dingles nutzen und sich einfach das Emote für 24 Stunden freischalten. So, so. Mach das mal. Ich mag dieses Emote. Das hat eine sehr coole Künstlerin gemalt. Die gute Anja. Der Kabifu kannst das ja jetzt bestimmt zeigen, oder? Ich kann es dir überhaupt zeigen. Du kannst mir auch dein Emoji zeigen, ja. Yeah, cool. Cool, cool, cool. Finde ich cool. Was für total nervig war, ich habe ja das Alte, das ist ja das, was neben meinem Namen steht, gehabt. Das fand ich irgendwann langweilig und habe das ausgetauscht. Und du musst ja, ich glaube, 60 Streams oder so haben, damit das ohne Überprüfung übernommen wird. Mhm. Ich war bei 59. Okay. Das war mir gar nicht bewusst, dass das mit, mit den Anzahl der Streams zusammenhängt. Okay. Ab 60 wird das automatisch freigeschaltet und wird nicht mehr beprüft. Und ich habe gezählt und ich dachte, ja, es sind 60, kannst du machen. Ich war bei 59. Drei Tage warten. Und das andere war natürlich gelöscht. Hm. Ja, Geschichten, äh. Reicht wahrscheinlich nicht, so ein 5-Sekunden-Stream mal anzumachen, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. An Twitches Stelle würde ich das nicht machen. Ich würde das streamen, keine Ahnung. Hm. Na gut, ging beim nächsten Stream mit dem, mit dem, ähm, mit dem Abzeichen. Gut, ich will euch gar nicht von der Room abhalten. Vielen Dank. Also erst mal, erst mal Lüftung und dann, ja. Lüftung. Guter, guter Punkt. Spannter, aber das andere Fenster und dann direkt auf. Guti. Danke, Ochi, dass du da warst. Ja, danke euch. Danke an die Ochinatoren. Ochinatoren. Ich finde Ochinatoren tatsächlich ziemlich gut. Ochinatoren sind wirklich gut. Danke an die Ochinatoren, dass ihr vorbeigeschaut habt und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal. Machen wir das so. Gucken wir einfach mal das nächste Mal wieder spontan rein, was ihr so macht und dann mal schauen. Ich vermutscht Pokémon mit Anime Crossing. Na, mal schauen. Gut, dann sag ich euch schon mal Tschüss und dann ansonsten sehen wir uns gleich in meinem Stream wieder an die Leute, die dann bei mir weitergucken wollen. So. Die Raum sehen wollen, genau. Tschüss doch. Tschüss, tschüss. Das war ja lustig. Das war mal extrem spontan, ey. Cool. Ich bin komplett verwirrt. Ich hab jetzt hier irgendwie, nachdem ich jetzt hier disconnected hab in Discord, hab ich irgendwie das Gefühl, als hätte ich jetzt den Stream ausgemacht oder so, aber ich bin ja noch, ich bin ja noch live. Ganz merkwürdig. Ja, schön. Schön. Boah, also ein bisschen, ein bisschen The Room können wir noch machen, aber ich weiß nicht, wie lang ich durchhalten werde, weil es extrem heiß hier. Wir probieren erst mal folgendes, wir probieren mal zwei, drei Minuten Pause. Ich reiß hier mal die Fenster auf. Vielleicht hilft es ja ein kleines bisschen. Ich glaub zwar nicht wirklich dran, aber mal schauen. Draußen wird jetzt 23, irgendwas Grad angezeigt, hier drin 29. Von daher, es ist schon ein gewisses Temperaturgefälle da. Vielleicht, ja, vielleicht kommt davon ja ein bisschen was hier rein. Und dann gucken wir mal in The Room 3. Dann, bis gleich. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich habe gerade gedacht, oh, ich muss noch den Titel umstellen. Da ist es gerade automagisch passiert. Dankeschön. Boah, ist mir warm, ey, Hammer. Draußen ist die Luft jetzt eigentlich ziemlich nice. Ich glaube, ich muss nachher noch einen kleinen Spaziergang machen. Es kommt nur nichts von der Luft hier rein. Das ist blöde. Ui, aber egal, machen wir irgendwie ein Stündchen oder so und dann, ja, weiß ich nicht, dann machen wir das nächste Mal weiter. Mal gucken. Gut, so einmal Recording anschalten. Gut, so einmal Recording anschalten. Ich werde das auch für YouTube aufnehmen. Ob ich das raushaue, mal gucken. Aber deswegen machen wir das jetzt auch so, dass ich gleich im Hauptmenü einmal Hallo sage. Ich muss mal ganz kurz hier die Kamera noch... Ich glaube, ich hatte die einfach da, oder? Irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Ups, äh, so wollte ich. Oh Gott, Entschuldigung. Genau, egal. So ist richtig. Goodie, seid ihr alle bereit? Ah, gut, 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 gut. Boah. Richtig irgendwie ein bisschen üsch, ne? Das sind genau die richtigen Voraussetzungen für ein Puzzlespiel. Aber ich hab ja euch. Von daher alles gut. Ich bin bereit, ich bin bereit. Na, dann gucken wir mal, ob das tatsächlich so ist. Ich, wie gesagt, ich starte mal das Spiel. Dann sage ich im Hauptmenü einmal Hallo. Und dann gucken wir, was passiert. Viel Spaß schon mal. Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Room. Heute mit Teil 3 der Reihe, nachdem wir Teil 2 das letzte Mal relativ erfolgreich geschafft haben. Hat auch Spaß gemacht. Von daher würde ich direkt einmal mit dem dritten weitermachen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich mach noch ein bisschen leiser. Wir schauen einfach mal, was uns in diesem dritten Teil hier erwartet. Ach, guck mal hier. Interaktives Hauptmenü. Kann man auch schon ein bisschen gucken. Auf jeden Fall schöne Grafik, erwarte ich. Naja, wir machen mal ein neues Spiel. Und gucken mal, wohin uns die Reise führt. Kommt jetzt wieder ein Tutorial. Und vielleicht einfach nochmal machen, oder? Nehmen wir einfach mal mit. Ist ja quasi auch schon ein Rätsel. Oh, nice. Tutorial. Ja, klicke und ziehe den Bildschirm. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Option ist, es zu machen oder nicht. Ja, das funktioniert gut. Ja, schön. Wo sind wir denn hier unterwegs? Irgendwo ländlich. Ein Doppelklick auf das Tagebuch. Ja, das machen wir sofort. First. Sind wir die First Class oder wie? Was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Gürtel, der da rausguckt. First Class, tatsächlich. Nice. Sehr gut. Dann gucken wir einmal. Zack. 5. 5. Juli. AS ist verschwunden. Sein gesamtes Haus ist verschwunden. War das das, was wir am Ende des letzten Teils gesehen haben? Was ich sah, schnürt mir die Kehle zu. Ach, wäre ich doch bloß wahnsinnig. Und wären diese teuflischen Kisten doch bloß ein Trugbild meines Wahns. Ich hätte dich nicht ignorieren dürfen. Ich hätte früher kommen müssen. Ich hätte niemals kommen dürfen. Niemals kommen dürfen. 17. Juli. Ich erwachte aus dem Albtraum. Doch er lässt mich nicht mehr los. Ich stürze mich in meine Arbeit, als wolle ich meine Erinnerungen ertränken. Doch ohne Erfolg. Das Nullelement umgarnt mich in meinen Träumen und unterwandert meine Gedanken in jeder Sekunde. Ich bin gezeichnet. Können ja aber doch noch das, also genau, ich wollte schon sagen. 19. Juli. Ich habe einen neuen Antrag an das königliche Institut gestellt. Irgendwas an den Ablehnungen des Instituts stört mich. Sein Beharren ist zu schrill, zu bestimmt, um bloß so etwas harmloses wie Ignoranz vertuschen zu wollen. 21. Juli. Ein Durchbruch. Obgleich mich das königliche Institut einmal mehr abblitzen ließ, ließ ein Mitarbeiter mit angespanntem Antlitz ein Paket in meine Jackentasche gleiten. Der Mitarbeiter würdigte mich keines Blickes. Das Paket enthielt ein Blatt, herausgerissen aus einer Karte der Südküste. Eine Insel war markiert. Ich nehme den ersten Morgenzug. Wahrscheinlich der, in dem wir jetzt sind, oder? Aha. Merkwürdige Zeichen. First appearance of null symbolism. There must be some import in the repeated symbols. Shapes. What? Ja, ja. Und das hier haben wir auch schon gesehen. Durchaus. Gut. Ups. Upsi. Jetzt habe ich verkackt. Ganz hinten ist bestimmt noch was, oder? Wollen wir es jetzt wirklich durchblättern? Nein, komm, das machen wir mal nicht. Wir zoomen mal raus. Tunnel. Oh. Ähm, ähm. Ah. Was? Eine Doppelklick auf die Kiste, um sie zu betrachten. Da, da sehe ich doch schon wieder. Da, da sehe ich doch schon wieder. Können wir glotzen dann. Okay. Klicke auf den Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Ich finde das irgendwie gut, dass die Mechanik eigentlich immer gleich bleibt bei den Room-Teilen. Außer vielleicht in der VR-Version. Ich weiß nicht. Da findet man sich direkt wieder zu Recht, oder? Holzweilchen sieht merkwürdig aus. Ich sollte das Okular aus meinem Koffer nehmen. Gut. Äh. Doppeltippe den Koffer an. Ja. Wische über die Verschlüsse. Ja. Klick, klick. Mit dem akkuraten Geräusch. Was ist das da? Irgendwie komisch. Koffer hat einige Modifizierungen. Sicherheit ist mir ziemlich wichtig. Hm. Okay. Ist das so? Äh. Äh. Bevor wir das machen, gucken wir uns hier vielleicht einmal um. Was ist das hier? Oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen da ran. Das wird doch ein Geheimfach sein, oder? Hm. Süßigkeiten. Ja. Haben will. Der Kaffee wagen. Hier kann ich mir gerade nichts angucken. Na gut. Dann nehmen wir eben das hier. Ein Okular. Was hat es mit diesen Okularen eigentlich auf sich? Oh. Manchmal kannst du mit dem Okular eigentlich verborgene Dinge sehen. Ja. Sowas. Hm. Da. Wieder das A plus B Quadrat. A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Ah. Da sind auch Koordinaten. Okay. Ich sollte diese mysteriöse Kiste... Achso. Ja. Äh. Kiste. Machen wir. Gut. Hier. Können wir das von hier aus schon sehen? Ja. Aber wir gehen mal näher ran. Ah. Ja. Cool. Ja. Ja. So zum Beispiel. Ah. Ziehe den Schlüssel in das Schlüsselloch. Machen wir. Zack. Gut. Gut. Mhm. Natürlich. Cool. Huch. Eine gravierte Pyramide. Ja. Elpis steht da außerdem. Ah. Die Wow hat uns gefunden. Was? Was ist passiert? Wo bin ich? Auf jeden Fall nicht mehr im Zug. Glaube ich. Hm. Hm. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich das Fenster offen lassen soll, weil hier so brütend warm ist, aber naja, ich glaube, ich lasse es lieber. So. Was haben wir denn hier? Okay. Ich dachte schon, der kriecht da jetzt einfach so durch. Oh. Herr General. Herr General. Okay. Nee, nee. Alles gut. Aha. Hier haben wir noch mehr. Also, hier ist ein Schlüsselloch anzutreffen. Da können wir durchglotzen. Ähm. Ja. Können wir offenbar. Gut. Hier können wir uns erhängen, wenn uns danach ist. Wenn uns nicht mehr nach Rätseln ist. Haben wir eine Alternative. Ist doch schon mal gut. Ham. Das ist eine gute Frage. So, so irgendwie so richtig, so richtig Schauspieler irgendwie sind, waren eigentlich nicht so eingebaut, oder? Hm. So menschliche, so richtig in person. Naja, mal gucken. So, hier haben wir ein Brief. Äh, du wurdest doch gewarnt, mich nicht zu suchen. Doch du schlugst diese Warnung in den Wind, sodass ich dich nunmehr, ich dich nunmehr finden muss? Willkommen in Grey Home, der Heimat meiner Ahnen. Nur wenige Gäste durchschritten je diese Räumlichkeiten und noch viel weniger sind aus ihnen entkommen. Einst gehörten die größten Denker aller Zeiten zu meinen Subjekten. Jeder war wichtig. Doch überlebt hat es keiner. Das Null-Element umschlingt jeden. Dich ausgenommen. Es war ein Fehler, dich auf Distanz zu halten. Ich begreife nun, wie sehr ich dich brauche. Da ist schon mal gut. Also wenn wir gebraucht werden, dann werden wir vielleicht nicht sofort abgemurkst. Falls du dich als würdig erweisen kannst. Zuerst musst du etwas finden, das dir bei deinen Aufgaben zu helfen vermag. Finde es oder verbleibe für immer in diesem Raum. Dann wären meine Mühen umsonst gewesen. Der Meister. Cool. Okay. Und hier ist ein Fingerabdruck. Da kann ich aber im Moment nichts machen. Ist das so? Ja, okay. Gut. Und das Dingsi, das haben wir hier. Das haben wir bei uns. Aha. Alles Nulpen außer Ochi. So ist das nämlich. Adäquater Streamtitel. So. Was haben wir hier? Eine Gebetsmühle. Nee. Ah. Eine Brille. Eine Brille. Ah. Ist ja aber glaube ich noch versperrt oder so, oder? Aha. Eine Feder. Ein bisschen Vodka. Mhm. Jede Menge Kram. Aber irgendwie kriegen wir da noch nichts raus. Habe ich das Gefühl. Sag mal. Wie viele Sachen sind hier drin? Was? Okay. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Interessant. Okay. Hm. Ja. Das wird sich so nicht öffnen lassen. Ah. Vielleicht sind sie auch nur zum Einstellen eventuell. Ja. Das könnte echt sein. Hm. Okay. Hier ist irgendwie nix. Ist ja interessant. Zunez. Ja. Pazuin Piepe oder so. Ja. Okay. Äh. Spritze. Kerze. Eine sehr merkwürdig anmutende Kerze. Anmutende. Anmutende. Kerze. Ja. Gut. Schön. Ist das ein Fenster? Ich glaube, das war mal ein Fenster. Ist ein bisschen, also entweder speckig oder zerkratzt oder beides. Hm. Ach ja. Ich kann nicht viel Französisch, ne? Aber hat man gar nicht gemerkt. Ja. Okay. Hier können wir ran. Aber. Machen lässt sich noch nichts. Hier sind allerdings auch drei so Dingsis, ne? Da sind drei so Dingsis. Vielleicht hat das was mit dem Dreieck hier zu tun. Bestimmt müssen wir das hier aufmachen. Wir müssen das hier irgendwie öffnen durch die richtige Anordnung von Dingen. Kann das sein? Wenn wir hier irgendwie erkennen, was das für Dinge sein könnten, sehen, sehe ich im Moment noch nicht. Ähm. Ah. Da steht was. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Okay. Natürlich. Natürlich. Arme haben mich. Reiche brauchen mich. Arme haben mich. Reiche brauchen mich. Arme haben mich. Reiche brauchen mich. Was ist das? Was ist das hier? Was ist das? Eine Pfeife. Aha. Okay. Was brauchen denn Reiche? Das ist auch eine Pfeife. Das ist ein Insekt. Messer? Messer? Arme haben mich. Ja, gut. Reiche auch, ne? Warum sollten Reiche das irgendwie besonders benötigen? Pfeife? Um sich zu schützen? Vor argwöhnischen... Keine Ahnung. Weiß nicht. Hier, das große Nichts eventuell. Hm. ein Glas, ein, 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 ein Gefäß. Ja. Gut. Brauchen irgendwie alle? Nichts. Ach, nichts. Nichts. Warum, warum brauchen? Reiche brauchen nichts. Ja, 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 ist, ja, ja, ist gut. Das ist gut. Reiche brauchen nichts. Ja, gut, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber gut. Ich laufe ohne Beine. Stehen heißt schweigen. Ich laufe ohne Beine. Bestimmt irgendwie eine Uhr oder sowas. Stehen heißt schweigen. Irgendwie sowas wie eine Uhr. Ja, eine Uhr. Ja, eine Uhr könnte passen. Dann tickt sie auch nicht mehr, ne? Ja. Wissen beflügelt. Na gut, vielleicht ergibt sich das ja sowieso hier schon. Hm. Ja, 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 die Feder. Wissen beflügelt, das klingt gut. Okay. Cool. Ah ja. Es schmerzt mich, dich scheitern und stolpern zu sehen, geblendet von jenen kruden Linsen, die du gefunden hast. Lass mich dir die Schuppen von den Augen reißen. Dies sind die Instrumente eines Meisters. Mit ihnen kannst du das Universum erkennen und in die ungeahnte Unendlichkeit um uns herum vorstoßen. Ihr seid K-L-U-K. Ah, aber hallo. Aber hallo. Deswegen, ich sag ja, ich brauch euch. Der Meister. Und der Meister braucht uns auch, übrigens. Ah, verziertes Kästchen. Gut. Das Kästchen ist mit einer Art Mechanismus verschwunden. Ja, wer hätte denn das gedacht? Das muss ich mir genauer ansehen. Aber hallo. Gut. Ja. Äh. Ja. Hier. So. Ja. So vielleicht. Genau. Cool. Ah. Direkt hier die gepimpte Linse. Geil. Okay. Ui. Mit Zoom. Oder so. Diese Tür ist irgendwie merkwürdig. Ja, ja. Ja, ja. Gucken wir mal. Ein Doppelklick auf das Schlüsselloch. Ja. Haben wir. Oder müssen wir dann noch näher ran. Ah. Bitte was? Deswegen der Zoom, wa? Er ist ja geil. Ach, das ist ja lustig. Okay. Das ist das merkwürdige Ding hier. So. Wie funktioniert das? Wenn man es auf eine... Ah, ja, 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 ja. So, 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 so. Eine Höhe bringen. Und zwar auf diese hier. Zack. So funktioniert das nämlich. Ah. Och, he locked. Och, he picked. Goil. Och, he kam, sah und pickte. Doppelklick auf die Tür. Ja, mach mal. Von wegen Room. Zwei Rooms haben wir hier. Cool. Cool. Kommen wir auch wieder zurück. Nur mal so... Ja, können wir. Ah. Awesome. Ist jetzt ja so ein bisschen wie ein Myst oder so. Oder Asylum. Ham. So ein bisschen Node-basiert halt. Aber man kann sich ein bisschen von Node zu Node bewegen eben. Okay. Okay. Äh, an diesem Orte wird der Schlüssel zum Null-Element geschmiedet. Hm? Okay. Das erste Teil gab ich dir bereits. Aus Sicherheitsgründen werden die restlichen vier getrennt aufbewahrt. Finde sie und bringe sie hierher. Nur dann kannst du dein Schicksal erfüllen. Der Meister. Okay. Schlüssel also. Restliche vier. Es gibt noch vier, ja. Hier hat sich auch die Wau ausgebreitet. Okay. Mhm. Äh, ja. Vielleicht. Das da? Ne. Ah, ah. Hier müssen wir es einsetzen, oder? Ja. Ja. Was? Was? Das will ich nicht anfassen. Das kommt da aus dem Bäh. Okay. Von mir aus. Ratte Schlange. Ah, so. Ein Emblem. Gut. So, was wollte ich schon immer mal haben. Mal mit irgendwas machen. Hm. Klar. Also ihr habt das natürlich schon alle vorhergesehen. Nur ich läppscher Loser noch nicht. Okay. Wir haben ein Emblem. Wir gucken uns erstmal weiter in diesem sehr vertrauenswürdigen Raum um, oder? Hier. Hallo. Hallo. Gut. Dann eben hier. Ähm. Ja. Schlange Ratte. Lass mich raten. Hier können wir das einsetzen, oder? Ne, können wir nicht. Hier vielleicht. Da. Zack. Aha. Äh. Ja. Irgendwelche Wappen. Ach, hier kann man drehen. Oh, Peace, oder? Ich glaube, ja. Mhm. Okay. Sind hier überall die gleichen? Nee. Nee. Glaube nicht. Wahrscheinlich muss das hier irgendwie alles zusammenpassen, oder? Oh je. Ich glaube, in sowas bin ich ganz, ganz schlecht. Das bin ich ganz, ganz mies. Ja, da war halt die Eule. Ah, ja, 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 ja. Das erinnert mich irgendwie so an IQ-Tests. Ich glaube, ich bin in IQ-Tests furchtbar schlecht. Ich erkenne irgendwie die Logik nie. Wahrscheinlich bin ich blöd. Das wird der Grund sein, oder? Die sind einfach strange. Ich weiß es nicht. Gut. Ähm. So. Was hätten wir denn hier so? Hier. Das ist eine Kombination aus denen. Und hier bräuchten wir sowas eigentlich, oder? Ja. 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 Krieg ich jetzt ein Dolch? Ich hab's in den Arsch gemacht. Hallo, Dragon. Hallo. Lange nicht gesehen. Oh, cool. Voll der Geheimgang. Okay. Hey. Trotzdem würde ich gern noch ein bisschen... Äh, nee, 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 nicht so ganz. Ha. Äh. Moment. Moment. Ich wollte eigentlich nur hier hin. Ich wollte mich hier noch ein bisschen umgucken. Ja, siehst du, jetzt kann ich hier ran. Und da ist es nur das Tutorial, oder was? Ist ja für eine Katastrophe. Hm? Hm? Okay. Kann ich aber im Moment noch nix drehen, glaube ich. Nee, glaub nicht. Und hier ran? Können wir da ran? Nee. Wir gehen mal da weiter, oder? Ich glaube, das Spiel will, dass wir da weitergehen. Erstmal einen Schluck Kaffee. Ja, wo bin ich hier? Ich muss einen Ausgang finden. Gut. Hm. Das ist alles ein einziger Test hier. Eine sehr merkwürdig geschnittene Wohnung hier. Ha. Also. Die Zeiger bewegen sich nicht. Sie ist sicher kaputt. Hm. Hm. Da bin ich mir nicht so sicher. Hier ist eine Klappe. Da, da, da. Da, da. Da ist eine Klappe. Sehe ich doch ganz genau. Gut. Aber so direkt geht das nicht. Was ist denn hier passiert? Ein Upsi. Da können wir nicht. Religiöse Symbolik oder so. Hier können wir was lesen. Schätze ich? Ja. Du hast es ja bei deinen Abenteuern schon erkannt. Das Null-Element vermag, Materie quer durch Zeit und Raum zu übertragen. Ja, ja, nee. Klar habe ich das verstanden. Ich war Zeuge, wie du Meilen und Jahrhunderte übersprungen hast. Wie normalsterblich eine Straße überqueren. Aber wie wäre es mit Lichtjahren? Wie wäre es mit Zeitaltern? Ich möchte auch ein Eis haben. Du hast gerade erst begonnen, das Potenzial auszuschöpfen. Ich habe eine Welt erfasst. Eine Welt. Eine Welt. Die, der unseren ähnelt. Und ihr doch so unfassbar fern ist. Sie ist der Quell des Null-Elements. Ich habe sie vermessen und sogar gesehen. Doch erreichen kann ich sie nicht. Nicht ohne deine Hilfe. Doch zunächst muss ich dich lehren, wie es geht. Und du musst zeigen, wie lernfähig du bist. Entschuldigung. Der Meister. Gut. Ja, das werden wir sehen. Gut. Hier ist zu. Hier ist zu. Die Schublade scheint versperrt zu sein. So was. Diese Tür ist verschlossen. Gut. Das funktioniert schon mal nicht so gut. So was hier haben wir doch schon mal gesehen. Was? Hier kann ich auch nicht drehen. Willst du mich verarschen? Muss doch gehen. Hm. Okay. Hier fehlt was, oder? Ah. Ich sage, da fehlt was. Irgendwas wird sich da noch ergeben. Was haben wir hier? Ein urtümlicher Fernseher. Hm. Ah. Ah. Da kann man drehen. Gut. Aber offenbar fehlt der Saft. Ja. Werden wir für Sorgen, schätze ich mal. Wo führt denn das Kabel hin? Ah. Hier. Ja. Gut. Oh. Schönes Feuer. Ist ein bisschen zu nervös vielleicht. Ein bisschen zu nervös animiert. Ah. Weiß ich nicht. Geschmackssache. Ach du heilige. Äh. Aha. Ja. Klar. Ihr habt das natürlich schon verstanden, wie das funktioniert. Und das ist irgendwie damit verbunden hier. Aha. Ja. Ja. Warte mal kurz. Komme ich da drum rum? Ja. An sich schon. An sich schon. Ich glaube, wir müssen aber erstmal an anderer Stelle was machen. Aha. Oh. Bin ich einfach aus dem Fenster klettern. Da hinten scheint ein Leuchtturm zu sein. Ah, da. Ja. Leuchtet halt nicht. Aber wenn wir erstmal Strom eingeschaltet haben, dann geht's ab. Ja, ja. Der Schalter ist unbeweglich. Naja. Weil das hier irgendwie versperrt ist. Ham. Ja. Ich glaube, das wäre auch nicht das erste Mal, dass ein Schalter aktiviert wird, wenn da Strom dran ist. Oder so. Okay. Ich habe das Gefühl. Wir müssen hier was machen. Minus plus Minus. Minus plus Minus. Was sind denn hier überhaupt die Optionen? Aha. Ah. Ah. Hier oben gibt es auch Dinge. Ah. Ja. Ja. Okay. Minus plus Minus. Also immer abwechselnd? Oder wie sieht es aus? Dann müsste es theoretisch so sein. Oh. Minus plus. Minus plus. Macht ja auch irgendwie Sinn, oder? Plus Minus. Äh. Plus Minus. Ja. Hier. So. Ja. Geil. Zu einfach. Ja. Ja. So funktionieren so Schalter nämlich. Ja. Ja. Zack. Was habe ich gesagt? Gut. Ich finde diese Lämpchen hier praktisch. Um einfach zu sehen, ob da Strom drauf ist. Jedes Kabel sollte so ein Lämpchen haben, oder? So. Und was können wir jetzt hier machen? Alles. Wir brauchen alles, oder? Das ist der Super-Zündi-Button. Zack. Aha. Ich will da gucken. Sieht voll interessant aus, da. Hm. Ne. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich will hier glotzen. Okay. Ja. Ja. Ich glaube, ich müssen wir erstmal da drüben etwas einstellen. Die richtige Frequenz, oder so. Gucken wir mal. Ah. Das kenne ich aus anderen Spielen. Phase und Frequenz wahrscheinlich. Oh. Hier passiert aber nichts. Hä? Ah. Jetzt passiert was. Ah. Fast. Ach. Das ist Amplitude, oder? Hä? War das nicht eben was anderes? Ach. Egal. So. Sehr gut. Der Laser wurde aktiviert. Und Abfahrt. Die vertrauenserweckende Tür. Ach so. Lädt. Okay. Ich glaube, wir haben das Tutorial geschafft, oder? Wäre jetzt meine Vermutung vielleicht auch noch nicht. Äh. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich mich jetzt hier nicht so viel umgucken. Weil eigentlich, eigentlich müsste ja so ein Endscreen kommen, dass wir das schon geschafft haben, ne? Naja. Äh. Was? Hä? Hä? Was ist das denn für ein komisches Ding, sie? Hä? Okay. Das ist ja ein ganz komisches Ding. Dass man aus Versehen nicht die Schublade öffnet, oder was. Also. Hölzernes Zahnrad mit Nübbel dran. Warte. Ich zeige euch den Nübbel hier. Da. Da ist er. Siehste. Siehste. Siehste ihn. What? Nübbel. Gut. Zumachen. Kann ich das wieder ordentlich zumachen? Geht nicht. Schade. Newton. Was ist das hier? Hm. Ja. Hier. Es scheint etwas zu fehlen. Ja, ja. So. Vielleicht. Ah. Das ist der Nübbel zum Bewegen. Ja. Hä? Die andere Richtung geht auch. Ich habe das Rätsel gelöst. Oh. Eine topologische Karte. Cool. Cool. Aha. Aha. Gut. Gut. Kann ich mich hier erst noch ein bisschen anderweitig umgucken? Nur so Interesse halber. Ich frage für einen Freund. Oh nein. Wieder irgendwas mit Worten. Aha. What? Der Name dieses Turms wird den Weg weisen. Der Name dieses Turms. Aha. 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 Mrwi. Klingt glaube ich sinnvoll. Hallo, Spyduck. Ja? Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Alles gut? Das ist ein Acro-Lash. Ja. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Hier. So. Nee, nee. Noch kein Tipp. Nee, 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 nee. So weit bin ich noch lange nicht. Also Turm. Wir haben hier einen Turm. Von daher sollten wir uns vielleicht erst mal damit auseinandersetzen. Oh, ist ja süß. Kleines Rädchen. Ui. Nee, können wir da jetzt rein? Diese Tür ist eigenartig. Nee, nee. Ganz normales Türverhalten. Ja, gut. Dann ist es das Tutorial. Gut. Geh mal rein. Alter, ist ja voll das Inception-Ding hier. Okay. Oh, das ist eine stilisierte Schlange oder ein Gartenschlauch, je nachdem. Äh, äh, okay. Ja, uh. Hm, aha. Gut, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. So. Ja. Habs. Okay. Jetzt an der Zunge ziehen. Äh, äh. Äh, äh, hell. Da drücken. Oh Mann, das war aber ein subtiler Button. Ein Magnet. Gut. Vielleicht können wir damit die Uhr bewegen, die wir vor Ewigkeiten gesehen haben. Kommen wir da nochmal hin zurück? Sollen wir dann vielleicht wieder die Inception zurück quasi springen? Weißt du, was ich meine? Hm. Aha, ein Magnet mit einem Kreuz-Dingel-Bümsel hier unten. Okay. Gut. Äh. Ich wollte gerade sagen, das Holz hier, das ist, die, die Textur ist so grob. Aber andererseits, wenn wir jetzt wirklich in diesem kleinen Häuschen da drin sind, kann das ja sein, dass das alles quasi sehr klein ist, was wir hier sehen. Hehe. Huch. Ach, das war's schon, oder was? Kann ich da nochmal rein? Oh Gott, ich kann da nochmal rein. Ah. Hm. Irgendwas, irgendwas mit Schlung, das kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, das kommt drauf an. Das ist natürlich so ein Universalwort, das kann man ja so und so verwenden. Von daher kann ich den nicht pauschal beantworten, diese Frage. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man nicht weiß, ob man hier schon fertig ist, ne? Das ist halt echt so eine Sache. Äh. Wir können den Magneten doch hier bestimmt irgendwo einsetzen. Irgendwie. Irgendwo. Ah, zum Beispiel, hier kommt auch noch irgendwas rein, ja. Ja, ja, das sind überall hier so Aussparungen irgendwie. Okay. Das sieht hier auch verdächtig aus. Wie groß ist das Ding denn? Ups, äh, nee, das wollte ich nicht. Äh, wie groß ist das Ding denn? Ja, klein, würde ich vermuten, man. Hm. Hm. Ah, ja. Ich würde jetzt ja gern sagen, ja, jetzt erst mal etwas ohne Denken, aber, ja, es ist bei diesem Spiel auch ein bisschen schwierig. Okay. Hier noch irgendwas machen? Hier. Das sieht verdächtig aus. Ah. Ah, aber da fehlt. Hier fehlt wohl etwas. Ja, ja. Sag ich doch. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, oder müssen wir vielleicht den Magneten hier irgendwo... Ah, ich will wirklich wissen, ob wir da jetzt fertig sind oder nicht. Das müsste er mir halt sagen. Ja, nochmal, vielleicht sagt er das ja auch. Nur, wir sind halt noch nicht fertig. Das kann halt auch sein. Das könnte natürlich auch sein. Normalerweise ist dieses Spiel ja eigentlich sehr fair. Ja, was sowas angeht. Ah, so geht er wieder ganz raus. Ah. Ja. Entschuldigung, ich muss nochmal gucken. Hm. Ja, immer diese Hirnarbeit. Immer verdonnert der Spidak einen dazu, sein Hirn anzustrengen. Katastrophe, ey. Was ist mit dem Typen los? Hm. Das sieht hier auch merkwürdig aus. Diese komischen Aufhängungen hier, ne? Ich finde hier irgendwie ein bisschen strange. Strange. Das Ding hier aber irgendwie drücken oder so. Das geht auch nicht, ne? Wozu braucht man einen Magneten? Magneten. Hm. Wenn ich einen Tipp, wenn ich einen Tipp nehmen soll, sagt Bescheid. Ihr müsst mir das erlauben, ansonsten traue ich mich das nicht. Ah. Letztendlich müsst ihr mir das ja sagen. Ob es schon zu lang dauert. Ah, hier ist was. Hier, hier, hier ist was. Was ist es denn? Ja, der Kabifugut, der erzählt nicht. Hahaha. Hm. Wenn ich etwas in der Fassung platzieren könnte, würde sich das bestimmt drehen, Wes. Ist er sich da sicher? Tja. Okay. Äh, ich glaube, da brauchen wir aber eher so ein... Dingsi. Irgendwie so ein... Schlüsselartiges... Dingel... Dingsel... Für... Irgendwie. Oder? Hier noch was? Achso, das haben wir schon gesehen. Genau, das war das. He... 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 Okay. Äh... Naja gut, und das hier gibt's halt auch noch, ne? Das hier gibt's halt auch noch. Ich guck mal, wie der Tipp so aussieht. Ich sollte mir dieses Gerät auf dem Bücherregal anschauen. Also das hier, oder was? Ist es also tatsächlich schon... Oh, ich glaub, die haben hier was Neues eingebaut. Nämlich eine Anzeige, wie lange man noch warten muss, bis der nächste Tipp kommt. Das ist gut. Das find ich ganz gut. Der meint also, wir sollen uns das hier angucken. Okay. Okay. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir hier... Ah, so können wir auf einzelne... Ach, so können wir auf Buchstaben zeigen. Auf Buchstaben zeigen. Okay. Der Name dieses Turms wird den Weg weisen. So, wo haben wir denn einen Namen eines Turms? Genau, da geht's rein. Wie gehabt. Wie gehabt. Das ist also der allererste Tipp. Na, zumindest an der Stelle, an der wir jetzt sind. Okay. Irgendwo die Bücher können wir aber nicht verwenden, oder? Nee. Der Name dieses Turms. Name. Turm. Leuchten hier vielleicht irgendwelche der Buchstaben? Nee. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ich muss ein Wort in das Gerät auf dem Bücherregal eingeben. Vielleicht finde ich es irgendwo in diesem Raum. Ja, ja. Ja, ja. Ich... Ja. Prinzipiell bin ich dafür. Ich glaube ja, wir müssen erst mal das hier lösen. Ich meine, hier dreht es sich offenbar um den Turm, oder? Von daher... Können wir den Magneten hier irgendwo einsetzen? Ah, ich habe das Gefühl, wir sind hier noch nicht fertig. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt. Kann hier aber... Das sieht ja auch verdächtig aus, aber ich komme da überhaupt nicht hin. Ist auch total ausgeblurrt einfach. Nee. Nee. Das scheint alles nicht zu helfen. Ich meine, das hier, das war auch nicht so ein richtiger Rätsel, oder? War eigentlich schon ein bisschen low, eigentlich. Aber nun gut. Ah, haben wir hier noch irgendwas... Irgendwas bewegen. Ja, das hier ist halt, wie gesagt, verdächtig. Das ist sauverdächtig. Hier fehlt etwas, aber das geht nicht. In Ordnung. Unten... Nee. Irgendein... Eines der Fenster, oder so... Auch nicht. Hier muss man irgendwas einsetzen. Das haben wir aber offenbar auch nicht. Wenn wir hier mit dem Magneten irgendwas hier langziehen, oder so... entlang dieser komischen Strecken, ne? Auch nicht. Ist hier an der Seite des Tisches eventuell noch was? Ist auch immer ein gern genommenes Versteck. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Können wir hier noch irgendwas machen? Nur auf und zu machen, ne? Im Wesentlichen, ja. Die Rückseite vom Magnet ist so ein Kreuz. Oder Plus. Je nachdem, wie man sehen will. Ich habe dieses Zeichen oder diese Form hier sonst irgendwie noch nicht wirklich gesehen. Das ist die Sache. Dann haben wir das hier noch. Auf dieses Modell gehört wohl noch ein weiterer Abschnitt, ah. Ja. Auch irgendwie eine Tür. Hier kommen wir aber nicht rein, ne? Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht, dass das passiert. Hm. Hm. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das hier der Turm... Also ich würde ja vermuten, das hier ist der Turm, oder? Da ist das zu naheliegend. Ich probiere es nochmal. Auf der Steinplatte auf dem... Ne. Auf der Steinplatte am Tisch steht etwas. Was? 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 Vielleicht muss ich dieses Wort in das Gerät auf dem Bücherregel... Was? Steinplatte am Tisch? Steinplatte am Tisch? Wo? Steinplatte am Tisch? Hm. Ja gut, das stimmt. Also er hatte halt einen Turm... Mit drumherum. Warte mal. Meinen die das hier? Meinen die den Tisch? Ne. Der Steinplatte am Tisch? Was? Ba ba ba. Oh Gott, okay. Oh komm. Okay, aber das habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Okay, also um den Tipp bin ich jetzt nicht traurig. Ei, ei, ei. Eine Kugel auf einem Stand. Da ist noch was. Ja, ja. So, Püre. Püre. Was ist das hier? Ähm. Aha. Huch. Bitte was? Fliehkraft. Ah, noch ein Magnet. Noch ein Kühlschrankmagnet. Auch wieder mit einem Plus oder was? Aha. In Ordnung. Scheint identisch zu sein. Interessant. Also, Püre. Sollen wir das mal probieren? Ich habe es nicht gesehen. Gut. Ähm. P. P. Und dann der so, oder? P. Dann. Äh. 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 P. P. Die Schreibmaschinen hier werden immer komplizierter, habe ich das Gefühl, oder? Werden immer unpraktischer. Äh. P. Püre. Und. Äh. 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 So. Aha. Ein geschnitzter Holzbogen. Ja. Ja. Ich weiß, wo er reingehört. Gut. 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 Ich möchte noch mal daran erinnern, das ist alles nur das Tutorial. Das ist alles nur vorgeplänkelt. Oh Mann. Ich glaube, über das Tutorial hinaus komme ich heute nicht. Ui. Hm. Schwierig. Äh. Wo ist es denn? Wo ist es denn, was ich suche? Hier. Nee. Hier nicht. Da. Hier. Zack. Ah. 1A-Griff. Aha. Aha. Da können wir durchglotzen. Ja. Ja. Ja, komm. Machen wir mal. Von mir aus. Oh. Ach, cool. Jetzt sieht man sogar mal, dass wir jetzt einfach kleiner sind als vorher. Und einfach reingezoomt. Schön. So. Was haben wir hier? Wir haben... Was? Äh. Was? Okay. 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 Wir haben auf jeden Fall noch mehr davon. Wir haben hier in der Mitte irgendwas machen. Oh. The Witness. Geil. Hä. Nicht so ganz. Okay. Was ist hier das Prinzip? Och. Das kann man ja ganz oder gar nicht ausfüllen. Wie man lustig ist. Äh. Ja. Äh. Ja. Das soll uns wahrscheinlich hier irgendwie sowas vorgeben. Das ist dann hier irgendwie verbunden. Ich guck mal. Ich decke erstmal die anderen Symbole hier auf. Oder? Ja. Ja. Das sind hier die Pfade. Okay. 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 In Ordnung. Es sind drei Stück an der Zahl. Das Ding, das ist so verbunden. Heißt das, wir müssen vielleicht von hier dann so drauf gucken? Es geht ja nicht so ganz. So höchstens. Ach. Hier ist ja auch ein Kringel. Ah. Okay. Dann verstehe ich das. Der Ochi versteht. Und mhm. Ja. Irgendwie so. Goll. Dann einmal. Äh. So. Ja, genau. Cool. Und dann noch einmal. So. Äh. Äh. So. Zack. Zack. Ah ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich glaub. So. So. Ja. Gut. Gut. Was ist das denn da in der Mitte? Sieht aus wie ein Stein. Aha. Hier können wir wieder glotzen. Cool. Ja. Das ist wirklich so ein ziemlich grober Stein irgendwie. wie. und. Und. Zange. Mit Nüps. Schlange und Zange mit Nüps. Ja. Gut. Für diese Tür brauche ich einen besonderen Schlüssel. Natürlich brauchst du das. Junge. Das wissen wir doch alle. Hier ist nix. Hier ist ein. Wett. Wett. Aha. Äh. Ja. Moment. Vielleicht können wir hier. Sekunde. Aha. 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 Da sind. da sind Buchstaben drauf. Ähm. Ja. Also eigentlich so. Warte mal. Ach. Die kann ich bewegen. Okay. Ja. 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 Jetzt hetzt mich mal nicht. Äh. Moment. So. Und so. Weil das ja klar ist. Da ist. Da ist er wieder. Der Gurt. Ein hölzernes. Modellteil. Ah. Gleich was. Was man irgendwie da auch wieder drauf stöpseln kann. Irgendwo oder so. Ja. So ein Lego Ding. Gut. Hier haben wir ein. Ah. Ich weiß wo das hingehört. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Gut. Und hier haben wir ein. Eine Aussparung. Äh. Was? Eine Aussparung. Und das Ding kann man hier in. Ups. In zwei Dimensionen bewegen. Oder. Oder. Ah ja. Hier. Ah hier. Schlange und Zange. Nicht wahr? Ja. Äh. Andere Schlange. Und Zange. Ich glaube wir brauchen Papier und Bleistift bald. Oder mein Tablet oder so. Äh. Notiert euch mal. Zwei. Drei. Eins. Drei. Zwei. Drei. Eins. Drei. Zwei. Drei. Drei. Ich habe kurz überlegt. Ich habe die meiste Zeit jetzt darüber nachgedacht. Ob ich null indizieren soll. Dankeschön. Nun gut. Äh. Was? Ah. Hier. Was ist das hier? Eine kreuzförmige Fassung. Hier gehört was rein. Ah. Die Magnetos. Okay. Nein. Ups. Das können wir noch nicht machen. Wir müssen erstmal hier reparieren. Moment. Ich zeige euch das. Wie der Profi das macht. So. Und so. Und so. Hä? Ach. Hä? Das auch mal genäten oder was? Das ist ja witzig. Hä? Okay. Ähm. Ähm. Ja. Hä? Okay. Pass auf. Wir müssen das von unten nach oben aufziehen. Ansonsten gibt das keinen. So. Ne. Quatsch. Äh. Warte mal. Warte mal. Das hier erstmal nach oben. Genau. So. Und dann so. Ah. Das sind ja krasse Rätsel, ey. Ich würde im Leben nicht drauf kommen, sowas zu designen. Im Leben nicht. Unfassbar. Okay. Und was, was ist? Hä? Was? Okay. Wir haben das halbe Visual Studio Symbol und Kringel. Äh. Können wir hier noch was machen? Ne. Was hat sich denn jetzt getan? Ach, hier haben ein Ding sie aufgemacht. Okay, 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 okay. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. Also. Ich zeige euch, wie das geht. Halbes Visual Studio Symbol und, äh, Kringel. Genau. Dann haben wir 2, 3, 3, 1. 2, 3, 3, 1. 2, ja gut. Dann müssen wir wieder anders machen. 2, 3, 3, 1. Also das muss nach da. Das muss nach oben. So. Geil, oder? Macht euch schon ein bisschen an auch. Cool. Ein hölzernes Modellteil hier. Gucken. Eins mit Schloss. Äh, okay. Ja. Ja, 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 ja. Das müssen wir ausprobieren, ob das da passt. Wo ich denke, dass es passen könnte. Ja, und hier wird man jetzt halt auch wieder im Ungewissen gelassen. Ob man fertig ist. Ich vermute es mal. Weiß es aber nicht. Cool. Ah, so klein ist das. Krass. Ah, ist ja abgefahren. Das Lustige ist, dass die Objekte, die wir jetzt mitgenommen haben, viel größer sind, oder? Ah. Bitte was? Na, jetzt erkenne ich es auch, dass das hier eine Steinplatte ist. Ah, 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 ah. An die Decke so splotchen. What the fuck, ey? Echt? Gleich kommen wir da oben raus. Plopp. Das ist ja echt abgefahren. Können wir uns das hier angucken? Ja. Das ist ja so geil. Prototype Model. Not fit for purpose. Na toll. Und wozu ist es dann hier? Mal nur so zum Angucken. Äh, in Ordnung? In Ordnung? Da ist bestimmt ein Kopf drin. Was wetten wir, dass da drin ein Kopf ist? Ein echter. Ein lebender. Okay. Da pustet es auf jeden Fall raus. Hier ist eine Schublade, die man sehr leicht übersehen kann. Aber der Ochie, der sieht sowas natürlich. Die Felsen dieser Insel strotzten schon immer vor Blutdurst. Der zähe Aquanaut dachte, seine Wissenschaft wäre ihm ein Mittel dagegen. Hoffentlich ist seine Neugier, was meine Angelegenheiten betrifft, nun befriedigt. Der Meister. Okay. Wer genau strotzt hier vor Blutdurst? Ja, ja. Hm. Gut. Eine Geweihstange. Ne, das nicht, das. Aha. Mit Ringen. Cool. So. So viel dazu. Aber, wir haben hier ja auch noch ein anderes Objekt, ne? Können wir damit eventuell etwas machen? Sieht so ein bisschen aus. Also entweder zwei so, zwei so Nüpsels, die man hier so rein machen kann. Und, oder hier so an den Schienen an der Seite. Müsste man sich orientieren. Ja, sowas hier. Wie wäre es da mit zwei Nüpsels und Schienen an der Seite? Sehr unfassbar. Ah. Mit. Hey. Auf diesen Stand gehört wohl etwas. Wie wäre es damit? Ne. Okay, okay. Andere Idee. Ja, noch etwas. Und zwar. Hier. Da. Die Uhr. Ah. Ach, du Scheiße. Da kommen wir auch rein. Aha. In Ordnung. Ein weiteres Tier. Huch. Ups. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Es wird immer schlimmer. Ich sollte einfach nichts mehr machen, oder? Was? Ein Modellboot. Ah. Das könnte für dieses komische Gestell da sein. Ah. Vielleicht. Okay. Und weiterhin vermute ich, dass es sich damit hat. Gucken wir mal. Wer ist da einsetzen können? Und zwar. Wo ist es? Wo ist es hier, oder? Ja. Äh. Hier. Zack. Ah. Hä. Drehen. Ja, geil. Oh. Ist doch süß. Oh Mann, ey. Das ist echt krass. Zack. Aha. Die Ratte. Glaube ich. Ja. Ein Beinchen da. Hä. Reißverschluss am Hintern aufmachen. Und. Was? Ohren aufstellen. Okay. Auge eindrücken. Ja, klar. Äh. Äh. Da. Ein Schlüssel. Cool. Puh. An was erinnert das so ein bisschen an? Ein Leuchtturm, oder? Oder? Entweder Leuchtturm oder so eine Lampe. Oder beides. Mh. Wir haben noch irgendwo. Warte mal. Wie war das? Hier war doch noch ein Schloss drin, oder? Das wird wahrscheinlich auch der Leuchtturm sein hier, oder? Äh. Vielleicht. Eventuell. Guck mal hier. Ob das vielleicht passt. Äh. Warte mal. Ja. Geil. Mhm. Hä? Äh. 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 Hä? Ist das jetzt ein Modell im Modell, oder was? Das ist ja ganz strange. Ach so. Den muss man irgendwie bewegen, ja. Äh. Hier. Den Arm dran. Genau. 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 Ernsthaft? Like, really? Äh. 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 Okay. Was ist das hier jetzt für ein Dreieck? Wir. Ah. Wir können ihn weiter zusammensetzen. Ach, das ist ja krass. Äh. Jetzt aber ein dreieckiges Ding, sie. Äh. Damit man sich noch zurechtfindet. Haben die Fenster verschiedene Formen. So strange, oder? Ach, hier ist ja jetzt auch so ein, so ein Dreieck. Genau. Die Hand, die ist mir eben schon aufgefallen. Die muss da auch irgendwie so. Dürfen wir das jetzt haben? Äh. Creepy, Mann. Ach, der macht das schon. Das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Das gibt es doch nicht. Da haben die sich was ausgedacht. Ey, alter Schafutski. Ja. Ich finde das ja an sich gut. Also weird finde ich ja total geil, ne? Aber, äh, hast du irgendwo recht? Äh, was? Muss man, was kann man hier machen? Muss man irgendwas einsetzen, oder was? Es muss eine Möglichkeit geben, die Lampe einzuschalten. Ah, so. Ja, Geweih, ne? Das ist, glaube ich, die logische Wahl. Aber hier ist doch keine Lampe. Also, wir brauchen noch eine Lampe. Sehe ich das richtig? Oder wie? Oder wie? Gut, wir haben das, äh, das Geweih. Was könnte man denn mit so einer strangen Form machen? Was hat das denn damit auf sich? Sieht so ein bisschen aus wie so ein Haken, wo man irgendwas rausholen kann. Und diese Ringe hier, die werden ja sicherlich auch noch irgendwie eine Bewandtnis haben, oder? Sicherheit. Ähm. Ich weiß auch nicht, ob wir mit dem Helm da schon fertig waren, dann. Das wäre auch noch so eine Sache. Die man sich mal angucken sollte. Genau, hier waren wir überall drin. Das Geweih haben wir auch hier gefunden, oder? Okay, ganz nach hinten komme ich nicht. Hahaha. Genau. Hier war noch was. Wie ist das denn gedacht? Was ist das denn? Wollen wir da irgendwas einsetzen? Wir drücken. Nee. Äh. Und hier kann man auch gucken. Das ist ja strange. Ah ja, was ist denn hier los? Was ist das denn? Da fehlt eine Niete. Ja. Warum hat das denn so eine komische Form? Da fehlt eine Niete. Da fehlt eine Niete, ja. Durchaus. Die sitzt vorm Rechner. Könnt ihr euch ausborgen? Hm. 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 Das ist ja, das ist mir ein Rätsel. Okay, hier ist auch noch irgendwas. Hier gehört sicher eine Art Griff hin. Was macht dich da so sicher, Junge? Eine Art Griff. Wie wäre es damit? Äh. Äh. Hier sind halt auch so. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hier sind halt auch so. Ösen irgendwie. Das hier kann man auch irgendwie aufklappen, oder? Das 228 ist auch ziemlich auffällig. Das muss man doch hier irgendwie aufmachen können. Hier. Ich will alles damit aufpopeln irgendwie. Die Form ist so random. Ah. Was haben wir hier? Ah, es wird immer stranger. Ranger. Sag mal. Wir sind schon über eine Stunde bei dem Tutorial dran übrigens, ne? Just saying. Aha. 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 Schlange, Karo, Regenbogen. Regenbögen. Schlange, Karo, Regenbögen. Glaube ich. Oh. Danke. So. Ach, natürlich ist ein Schalter. Ach so. Ich habe ein bisschen Angst, da reinzugucken, ne? Was? Metall-Eichel. Uh. Okay. Wird das die Lampe sein, eventuell? Könnte es sein? Hä? Hölzernes Modellteil. Können wir das denn jetzt schon wieder... Ah, ja, ja, ja. Ist auch zum Einsetzen. Okay. Damit kann ich was anfangen. Erstaunlicherweise. Kann man hier was einstellen? Ne, hier gehört irgendwas ran. Ein Druckmesser, aber ohne Zeiger. Ja, klar. Ah, hier ist auch Karo. Hier ist Schlange. Und Regenbögen. Gut. Mit was fangen wir an? Also. Ich würde gerne einmal probieren. Folgendes. Erstens. Diese Halterung hier. Die erinnert mich irgendwie an diese Form. Es funktioniert nicht. Gut. Daneben nicht. Aber. Hier gehört auch noch was rein. Äh. Zack. Vielleicht hier. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ah. Eine Heuschrecke. Wo kann man denn überall drücken? Sicher. Sicher. Seht ihr auch so, oder? Ist ja, uh. Ist ja eigentlich alles ganz logisch. Ah. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ein Metallzeiger. Gut. Ähm. Vielleicht für den Druckmesser? Eventuell. Eventuell. Der Urwahn wäre eigentlich fertig, ne? Okay. 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 Äh. Da. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass hier so ein rundes Ding sie rein muss. Aber gut. Probieren wir es einfach mal mit dem. Ja. Mit dem Zeiger. Aha. Mhm. Damit kann man den Druck einstellen. Also. Einmal. So. So. Ich wollte schon sagen. Du wolltest auch um 22 Uhr weg. Aber ich will dich ja auch nicht wegscheuchen. Moment. Ich muss hier mal kurz. Ich muss hier mal kurz. Äh. Lösen. Ich möchte lösen. Oh. Es ist ein Kupferhahn. Kupferhahn. Mhm. 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 Mit Dreieckform. Wo zum Henker brauchen wir denn einen Kupferhahn? Sicherlich auch irgendwo an dem Gerät. Ach. Hier. 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 Okay. Okay. Joggen vor dem Stream? Bist du denn wahnsinnig? Ich meine, du streamst ja schon früh. Und davor auch noch joggen. Wann machst du das denn? Wann stehst du denn auf? Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Naja, gut. Gut, du verrückter Jay. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Miträtseln. Um fünf aufstehen am Sonntag. Was ist mit dir los? Tut mir leid, aber was ist mit dir los? Ich bin ein bisschen neidisch, aber. Oh Mann, ey. Ein bisschen pumpen. Noch was vor dem Joggen? Ja klar. Natürlich. Isst du denn auch noch was vor dem Stream dann? Sonst würde ich ja umfallen. Auf jeden Fall so oder so noch einen schönen Abend. Schönen Morgen schon mal oder so. Und. Ha. Ja. Schön strömen. Schön strömen. Bis bald, Jay. Mach es gut. Übertreib es nicht. So. Werden wir denn jetzt endlich mal gucken können, was da drin ist? Äh. 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 Okay. Äh. Das kann man auch nur in gewissen Grenzen bewegen. Das war scheinbar das Richtige. Okay. Das kann man hier drehen. Schätze ich mal irgendwie. Äh. Nicht. Was? Wie? Nicht. Aber es hat doch Klick gemacht. Oder müssen wir noch irgendwie ... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b irgendwas anderes machen. Was fehlt da noch? Oder ... Ach, ich kann da noch genauer hingucken. Ah. Alles klar. Äh. Ja, dann jetzt gute Nacht, ne? Schlaf ganz, äh, träum was ganz Schönes, schlaf ganz fein. Ja. Kristallflakon. Gut. Ja, hübsch. Ganz hübsch. Und das jetzt vielleicht, uch, und das jetzt vielleicht als das ist ein bisschen eklig. Als Lampe benutzen. Mach das zu. Das kann man doch nicht so lassen. Das ist ja eine Katastrophe. Gut. Wir haben, also, wir haben ein Kristallflakon. Kann man das denn hier einsetzen? Sehe ich jetzt zwar nicht so, aber ne. Ne, irgendwie nicht. Mal das irgendwie kombinieren. Ne, auch nicht. Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll uns das denn sagen? Hallo? Ach so. Hübsch. Ach. Na gut, dass ich das probiert hab. Aha. Das ist ein Schlüssel. Ah, so ein Schloss haben wir schon irgendwo gesehen. Das haben wir schon irgendwo gesehen. Ich weiß aber nicht wo. Also süß. Ne, hier nicht. Ah. Wo hatten wir das denn gesehen? Ah, ist das hier irgendwo? Oder? Das kommt mir doch irgendwie bekannt. Oder nicht? Ich weiß nicht, wo ich diese Form schon mal gesehen haben will. Ähm, 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 ähm. Ähm, 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 ähm. Hier? Ne. Gab's hier irgendwo an den Türmen noch? Äh. So. Schlösser oder sowas? Am Schloss Schlösser noch und nöcher. Mh. Oder irgendwo in einem der Räume? Ne. Da dran noch? Ich glaub aber, das war jetzt der das war jetzt der große Höhepunkt hier, oder? Ich vermute fast mal da. Damit sind wir fertig. Wie ich das einfach schon kommen gesehen hab, ne? Dass da irgendwas Schreckliches passieren würde. Äh. Und das Geweih haben wir auch noch. Das ist irgendwie, das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Wir sollen uns noch irgendwo was drum herum machen. Hier an der Steinplatte oder was weiß ich. Ja, das sieht auch schon wieder verdächtig aus. Nicht. Glaub ich könnte mal einen Tipp nehmen. Es lief jetzt ja alles schon soweit ganz gut. Äh. Nun, jetzt übersehe ich wieder irgendwas. Auf der Seite der Kiste im Steinkreismodell befindet sich ein gezeichneter Baum. Könnte das einen Hinweis nennen? Was? Der Seite der Kiste im Steinkreismodell. hier oder was? Hallo Rubinchen. Guten Abend. Ist das das Steinkreismodell? Ach, war das hier vielleicht wirklich irgendwas? Dass wir hier irgendwo noch das Schloss gesehen haben? Hier! Hier haben wir es gesehen. Das war wieder gut. So ein ganz subtiler Hinweis. Und man muss tatsächlich sich dann auch über die verschiedenen kleinen Räume hier auch noch merken, wo man was gesehen hat. Es ist ja unfassbar. Es ist ja unfassbar. Diesen Baum habe ich schon ganz vergessen. Offensichtlich. Ach, so ergibt das alles. So ergibt das alles einen Sinn. Muss man die jetzt ach, drehen. Tatsächlich. Das ist ja ein Ding. Bestimmt müssen wir es symmetrisieren, oder? Moment. So irgendwie. Gut geht's. Sehr warm. Sehr warm. Aber ansonsten gut. Danke. Und selbst? Puh. Ah. Ja, 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 ja. Da klebt er auch hier am Stuhl. Hier schon. Mit diesem Stein wurde sicher eine Art Ritual in einer Art Ritual was zerschmettert. Ah. Das da. Ein fantastischer Tag. Das ist gut. Das gefällt mir. Was hast du denn so hast du irgendwas Besonderes gemacht? Oder erlebt? Oder wie auch immer? Oder beides? Ein leuchtender Edelstein. Hm. Ich würde dieses Gerät gerne haben. Da muss ich aus einem Edelstein andere Edelsteine machen. Cool. Und es leuchtet. Ja gut. Leuchten ist ja gut. Da wollen wir ja. Da wollen wir ja tatsächlich was zum Leuchten bringen. Und zwar hier. Ist das jetzt? Ja. Ah. Gut. Hm. Das klingt gut. Pizza müsste ich auch mal wieder machen. Pizza müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Huch. Leuchtende Lampe. Ja cool. Hm. Das klingt auf jeden Fall gut. Was war denn drauf auf der Pizza? Das ist natürlich die wichtige Frage. Gut. Boah. Hm. Äh. Ein. Ist es ein Aufzug? Okay. Ja. Gut. Gut. Oh. Ich war denn das jetzt gedacht. Man setzt hier dieses Dingsi zusammen. Und fährt es los. Ich dachte wir müssen jetzt drehen. Geil. Sind wir jetzt hier wirklich auf dem Turm? Leuchtturm oder? Dann ist hier dieses komische Schloss da oder Kirche oder so. Ah. Hier steht auch Pyre oder? Das klingt wirklich gut. Wie ist das mit dem Brokkoli? Kocht man den davor irgendwie schon oder schmeißt man den einfach so drauf? Ich habe noch nie selbst Brokkoli auf Pizza gemacht. Hm. Ach, noch eine andere Pizza. Wie viele hattet ihr denn? Ah, man. Aber den kocht man den dann so komplett schon oder nur so halb? Dass er sich halt dann noch irgendwie zu Ende backt. Dass er nicht ganz so matschig ist. Ich weiß nicht. Hm. Macht mir Appetit. Wir haben jetzt so lang gelabert, dass er schon wieder hier denkt, wir kommen hier nicht weiter. Und schon wieder einen Tipp gibt. Was ist das denn für ein komisches Gerät? Aha. Ja. Kann man bestimmt Strom reindingsen. Lass mich raten, die Lampe? Nicht? Nicht? Was? Nicht? Hm. Das kommt bestimmt später hier mit diesen Dingsels. Ah. Kann man das hier eventuell irgendwie um die eigene Achse drehen oder 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 erstmal aufmachen irgendwie? Ähm. Weiß ich nicht. Ah. So kann man es drehen. Aha. Ja. Okay. Hm. Hm. Schickst du mir ein Stück? Natürlich für rein wissenschaftliche Zwecke. Ich koste euch die vor. Wie wäre es? Ach so. Deswegen kommen wir hier nicht rein. wahrscheinlich. Weil hier irgendwie so so ist. Schätze ich. Ah. Man kann das mitdrehen. Okay. 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 Wer denkt sich denn sowas aus? Naja. Jetzt ist hier eigentlich offen. Ja. Wer denkt sich sowas aus? Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber ich fühle mich inspiriert. Das ist ja auch schon mal. Äh, gut. Äh. Kapitel abgeschlossen. Nicht übel. Du hast den Leuchtturm erklommen. Sein Lichtstrahl kann zwar jene Prüfungen erhellen, die vor dir liegen. Doch bestehen musst du sie alleine. Na, ohne Licht wäre es natürlich, das ist dann Next Level. Ja, jetzt sind wir auch wieder hier, wo wir den Schalter umgelegt haben und so. Oh Mann. Eine riesen Reise hinter uns. Und das war jetzt das Tutorial oder was? Na dann, gute Nacht. Oh Mann, ey. So, ich mache jetzt mal einen Cut an der Stelle. Ist ja eine extrem lange Folge schon geworden jetzt. Nur mit dem Tutorial. Oh Mann. Gut. Frage an euch. Wir sind jetzt schon dreieinhalb Stunden dabei, krass. Ja, so ungefähr dreieinhalb Stunden. Aber nicht das Spiel hier, nur. Davor waren wir irgendwie anderthalb Stunden oder so beim Spyduck, ganz spontan im Stream, haben ein bisschen Cripplash gespielt. Sehr, sehr spontan. Ich habe quasi den Stream übernommen. Nein, nicht übernommen. Ein bisschen, ähm, gekapert, so ein bisschen. Ja, für meine Zwecke. Äh. Ja, hier ist Spyduck. Hä, hä, hä. Oh Mann. Ich dachte, du bist jetzt gar nicht da. Warst eben gar nicht in der Liste, na, sowas. Cool. Frage. Habt ihr Lust auf noch ein Kapitel? Von mir aus können wir noch eins machen, aber ich würde auf jeden Fall kurz eine Pause machen, um ein bisschen zu lüften auch. Auch wenn es wieder nichts nutzt. Na, mal so drei Minuten lüften. Pipi machen außerdem. Dann können wir von mir aus noch eine Runde machen. Es sei denn, ihr sagt, nee, lass mal. Hm. Hm. Didi. Ach, das ist gut. Den Ochie zu verchecken. Hm. Du warst im Lurk, meinst du? Ja, gut, stimmt. Wienchen ist, äh, sowieso gerade erst angekommen. Ich dachte, du wurdest angelockt von deinem Namen. Ach so. Ach so. Nun gut. So oder so. Ich mache jetzt erst mal ganz kurz, ich mache mal ganz kurz, ähm, ein Päuschen. Ich mache euch mal kurz Musik an hier. Was, was gebe ich euch denn? Hier, meine Lieblingspausen- Musik, oder? Ja. Ich bin da so doof. Ah. Gut. Dann. Oh. Äh, oder Pizzastückchen. Ah. Ganz kurz Pause. Alter, ich muss mal kurz mein, mein Hirn ein bisschen abkühlen. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Also, bis gleich. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ui, das hat ja mal überhaupt nichts gebracht mit dem Lüften. Krass, so ein Temperaturgefälle eigentlich und nichts kommt davon rein hier. Ich muss sich zwei Ventilatoren nehmen, den einen hier an der Tür reinpusten lassen und am Fenster irgendwie einen rauspusten lassen. Also irgendwo muss die Luft dann doch, es muss doch dann irgendwas passieren, oder? Theoretisch. Komisch. Na ja. Gut. Na, Hauptsache Wasser. Du musst du vielleicht nachher auch die Couch hier mal ein bisschen wegschieben, dann kann ich hier die anderen Fenster auch mal aufreißen. Ob das sehr viel bringt, weiß ich nicht, aber naja. Gut, also sollen wir tatsächlich probieren, noch ein Kapitel zu machen. Seid ihr euch da sicher? Na gut. 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 Durchzug. Durchzug wär halt echt geil, aber hier sind alle Fenster auf einer Seite und daher ist es schwierig mit Durchzug. Ich müsste eigentlich irgendwie die Wohnungstür aufmachen und im Flur das Fenster aufmachen, vielleicht ein bisschen durchziehen lassen. Ja, das ist echt doof. Na ja, na ja, na ja. So, nach dem ausführlichen Tutorial machen wir einmal, ja, habe ich wahrscheinlich alles, alles habe ich schon tausendmal erzählt, oder? Zack, fortsetzen. Wir laden das erste richtige Kapitel wahrscheinlich, aber es geht, es geht im Grunde konsistent weiter. Aber wir sind jetzt wieder da, wo wir schon einmal waren. Das ist ja interessant. Das ist jetzt nicht irgendwie was komplett anderes. Aha. Das ist tatsächlich interessant. Das ist neu, oder? Eigentlich. Und, was können wir machen? Ah, wir können zurück. Hm. Hm. Gut. Müssen wir denn hier noch irgendwas erledigen? Ach, guck mal hier. Du zeigst jetzt eine andere Uhrzeit an. Dazu sagt er nix. Was? Das ist doch extrem auffällig. Na sowas, na sowas. Nee, die Sachen auch gerne angucken, aber irgendwie lässt er mich nicht. Huch. Ja gut, außer das. Äh, ja stimmt. Hier gibt es natürlich auch noch Sachen, das, ähm... Hm. Das Ding haben wir ja auch noch. Das ist, äh... Interessant. Okay. Wir gehen mal zurück. Gucken mal, ob wir da noch irgendwas anderes machen können. Oder jetzt irgendwas Neues machen können, wie auch immer. Aber, aber, aber... Wir haben eine neue Pyramide, oder? So sieht's nämlich aus. Das ist die Sache. Ah. Ah. So sieht's aus. Ganz normales Pyramidenverhalten. Ja. Aha. Aha. Gut. Und was eröffnen sich jetzt für neue Möglichkeiten? Mhm. Dreidel, Dreidel, Dreidel. Das erinnert mich daran, wir müssen mal South Park spielen. Okay. Hm... Aha. Hier müssen wir wieder was Dreidimensionales zusammensetzen. Nichts leichter als das, oder? Äh... Ja. 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 Ach, da hinten ist dieses... Ja, seht ihr das? So ein kaputtes Tor. Ja. Ungefähr so. Okay. Ey. Wirklich so ein bisschen The Witness-like. Hm. Wenn ihr dieses Spiel hier mögt, mögt ihr vielleicht auch The Witness. Und der nächste Raum. Ja, schön, schön. Mhm, mhm, mhm. Gut. Wieder ganz wichtige Bücher und Bilder. Ach, die kennen wir doch, oder? Ah, ja. Weiß ich nicht. Oder so ähnlich. Ach ja. Ist auch wieder so ein Ding. Hä? Verarsche. Ist das gleiche nochmal anders verpackt. Ja, ja. Hier ist auch wieder das Stromding. Hä? Äh? Hä? Oh, 1795. Merkt ihr euch das? Scheint nicht zu funktionieren. Ja, noch. Das ist vielleicht eine wichtige Information. 1795. Ich erkenne keine Möglichkeit, das Gerät zu bedienen. Meinen Fettfingern. Okay. Ja, vielleicht, wenn wir Strom angemacht haben. Wir haben außerdem ein... Auf dieses Pult scheint ein bestimmtes Buch zu gehören. Ja. Das ist so ein Lese... Ja, wie nennt man das? Lese-Potest-Dingsi. Gut. Wir können mal das mit dem Strom versuchen. Wo geht das denn hier weiter? Wo geht das hier lang? Wo geht das hier lang? Ah, zu der Empore. Geil. Gut. The Great Khan and his impossible pyramid. You will not believe your eyes. Refined fun and profound mystery await. He holds the mysteries of the universe in his hands. Great Khan. Gaze in wonder at his pyramid of possibility. A veritable Pandora's box of delights. Hum. Danke. Cool. Greatest magician of the world has ever... The world has ever known. Das werden wir erstmal sehen. Wie es hier... Wie es hier weiter geht. Üsch. Hä? Cool. Aha. Hier gehört was Eckiges rein. Sowas hier zum Beispiel. Ein Metallobjekt. Ja. Sind das hier irgendwelche Schalterchen? Irgendwas? Ne. Weiß ich nicht. Bestimmt wird da irgendwas... Irgendwas passieren. Oh. Dankeschön, Spyduck. Aber wenn wir die Bits immer nur hin und her schieben, ist ja eigentlich auch albern, oder? Danke sehr. Für die 32 Bits. Oh Mann. So. Ich glaube, ich habe 128 Bits bei dir liegen lassen. Da hast du dich vertan jetzt, glaube ich. Aber ist okay. Oh, kriege ich das jetzt nicht mehr auf? Hum. Nein, du spendest jetzt nichts. Nein, du spendest jetzt nichts. Da würde ich mich jetzt sehr schlecht fühlen. Okay, hier ist auch noch ein Schalterchen, der ist aber noch nicht zu bewegen. Okay. Wir kümmern uns mal um den Strom, würde ich sagen. Kümmern uns mal um den Strom. Vielleicht hilft es ja. Und wenn nicht, dann läuft das zumindest mal. Hier können wir auch erst mal was lesen. Faszinierend. Da bist du. Da bist du. Fleisch und Blut. Die Existenz scheint dir erstaunlich leicht zu fallen. Hilfreich, diese Eigenschaft. Mein bisheriger Lehrling wohnte sie betrüblicherweise nicht inne. Vielleicht ist meine Suche tatsächlich endlich erfolgreich. Diese Bibliothek gleicht keiner anderen in der Welt. Doch ich rate dir, deine Neugier zu zügeln. Wie überall in Greyhome lauern auch hier Dinge, die keine naseweisen Fingerlein mögen. Naseweisen Fingerlein, das ist schön. Verschwende nicht deine Zeit. Hört ihr, verschwendet nicht eure Zeit mit diesen Internetdingen. Der Meister. Fast, fast wäre es wieder passiert. Unfassbar. Huch, hier kann man drücken. Ah, hier kann man drücken. Achso, achso. Okay. Und hier ist wieder so ein Schalterdingsel. Okay. Dann gehen wir erst mal hier hin. Also, was ist denn hier das Prinzip? Minus plus Minus. Gut. Minus plus Minus. Äh. 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 Muss man das hier irgendwie so zusammenfügen oder was? Das kann natürlich, äh. Das kann natürlich sein. Äh. Plus Minus. Hier geht's weiter. Dann hätten wir hier ein Plus Minus Plus. Ja, geht doch. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht noch mehr erwischen muss, aber wenn's jetzt schon mal rumdödelt, dann ist das ja schon mal nicht so schlecht, oder? Ach, übrigens, hier. Hab ich total wegignoriert. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das so? Crippy. Ja, hier, hier. Mit den Tarotkarten. Ne, was war das? War es? Tarotkarten? Doch, ne? Tarotkarten. Aha. In Ordnung. Cast my palm with silver. Past, present and future. Trained by the great Khan himself. Hm? What? Äh. Placetoken hier. Aha. Ein kleiner Mechanismus. Was ist los? Ha, 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 ha. Hm. Cool. Wir haben einen kleinen Schlüssel offenbar. Aha. Gut. Na, mal gucken, wo wir den verwenden können. Jetzt leuchtet's aber nur hier. Sehe ich das richtig? Und hier gar nicht. Noch zumindest. Hat das hier vorher schon geleuchtet? Hm. Na, wahrscheinlich. Hm. Gut, dann gucken wir mal da oben. Vielleicht ergibt sich da ja was. Und ja, trinken ist wichtig. Trinken ist sehr, eine sehr gute Idee. Oh. Oh. Zack. Diesmal eine Turmuhr. Ah. Und jetzt leuchtet's auch da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kompliziert. Erstaunlich kompliziert für... Na ja. Jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Effekt. Gut. Ähm. Jetzt leuchtet es hier. Jetzt können wir vermutlich zack, 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 zack machen. Ja. Mhm. Was auch immer das ein soll. Ein Transformator oder so. Weiß ich nicht. So. Und jetzt können wir hier wieder... ...das hier machen. Aber es funktioniert irgendwie... ...anders. ...ja. Ja. Ja, es sind irgendwie so One-Way-Schalter, aber es funktioniert. Cool. Manchmal spielt dieses Game auch einfach nur so ein bisschen mit der Mechanik. Das ist jetzt nicht so ein Rätsel per se, ne. Einfach mal ein bisschen was zum Anfummeln oder so. Ich kann mir auch echt vorstellen, dass das ein VR gut funktionieren kann. Das müssen wir bei Zeiten wirklich mal probieren. Jetzt sind wir in der Turmuhr drin. Cool. Ja. Schön. Lass mich raten, hier ist zu, oder? Mhm. Ein kleines Zahnrad. Es ist nicht verbunden. Scheinbar. Gut. Das hier ist natürlich sehr auffällig. Was haben wir hier? Einen sehr güldenen Turm. Ein Turmstück oder so. Oh, wir müssen da lesen. Machen wir sofort, machen wir sofort. Ja. Gut. Eine leere, runde Fassung. Ich glaube, da fehlt etwas. Jo, bestimmt wieder Zeiger oder sowas. Das war. Hm. Ja. Ist das probiert? Cool. Dann machen wir das auf jeden Fall bei Zeiten. Äh, was ist dir die Zeit? Mein Urgroßvater errichtete einst diesen Turm, doch dann war seine Zeit doch knapper bemessen als erwartet. Zur letzten Mitternachtsglocke wird der Weg sich dir offenbaren. Für wahr, ein wenig dramatisch, doch unsere Ahnen verstanden mehr, als ihnen bewusst war. Im Kreislauf unserer Welt gibt es Augenblicke, da sie ihren Nachbarn ungeahnten nahe kommt. Der Meister. Okay. Aha, da ist auch das nächste Pyramide versteckt. Ja, nicht wirklich versteckt, aber eingefasst. Was? Eine kleine, eine kleine runde Fassung, ja. Ich verliere diese auch gleich. Okay, da wird doch bestimmt so ein Nipsi drankommen. Das muss man auch noch hier verschieben und es ist hier so. Symmetrie. Hm. Huch. Was? Ernsthaft? Aufgrund der Tatsache, dass ich das von mir nach da bewegt habe. Ach so, hier ist irgendwie so ein Schalterchen, ne? Aha. Ja, jedes bisschen zählt. Erstaunlich. Gut. Und das zweite hier ist bestimmt mit dem, ja, hier mit diesem, mit diesem Aufsatz da. Ich würde irgendwo finden müssen. Oh. Oh. Das hätte länger dauern können. Der war hier relativ subtil. Ehrlich gesagt. So. Muss er denn noch gülden werden oder geht das auch so? Geht auch so. Äh. Oh. Aha. Äh. Das sieht interessant aus, ja. Aha. Da können wir rein. Gut. Hm. Ja. 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 Können wir gleich probieren. Eine Art Kristall. Hm. Hm. Hier müssen wir mehrere von diesen. Ja. Mehrere von denen wegmachen. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Eine Frage, die ich hätte. Dreht sich hier alles um, um das da? Oder gibt es hier noch was anderes? Wo man ran muss. Ja. Hier gibt es noch andere Sachen. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Oh. Jetzt kann man einfach nehmen. Ein Rad mit einem Griff. So. Aha. Aha. Oh. Okay. Also. Können wir aber nicht die Federn nehmen oder sowas, ne? War jetzt nicht der mega geheime Hinweis oder so. Okay. Dann gibt es hier noch was. Ah. Auch Zahnrad hier. Eine Fassung. Kann ich hier etwas anbringen? Ja. Vielleicht. Früher oder später. Ich wollte mir das hier eigentlich mal angucken. Genau. Rad mit einem Griff. Aha. Mit vier so. Äh. Flocken. Mit einer. Komischen Form. Gut. Nehmen wir das doch mal mit. Nehmen wir es einfach mal so hin. Dass es so ist, wie es ist. Gut. Wir gehen doch mal rein. Komm. Was soll's. Zack. Ja. Mhm. Mehr was drehen. Ja. Kann man. Und zwar. Kann man die Dinger hier rein? Ne. Kann man nicht. Was ist hier Phase? Ah. Man muss das wahrscheinlich so drehen, dass alle rein können. Oder? So zum Beispiel. Ja. Ja. Hm. Ah. Ah. Dieses Doctor Who. Hab ich das auf der Wunschliste oder so? Auf jeden Fall hab ich das mal gehört. Oder hatte ich das sogar irgendwo herbekommen? War's im Epic Store mal oder so? Oder ich hab's nur auf der Liste von Spielen irgendwie auf dem Handy. Ich weiß es nicht genau, aber hatte ich auch mal auf dem Schirm. Ja. 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 Das wär vielleicht mal was. Oder wir gucken's bei dir. Mal gucken. Wir haben einfach einen React-Stream. Da kapert der Ochli wieder andere Streams. Oh. Ein Metallring. Gut. Äh. Äh. Ja. Gut. Das ist so ein, so ein, so ein. Ja. Wie nennt man das? Außenzahnrad. Weiß ich nicht. Innenzahnrad. Hm. Das hier irgendwie kombinieren oder so. Nee. Gut. Auf jeden Fall haben wir das schon mal. Ah. Vielleicht kann man das hier aufsetzen. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Und was ist das hier? Oh. Das war jetzt nicht so das Mega-Rätsel. Ein Kurbelgriff. Das hier war nur die Halterung davon, oder? Ein Kurbelgriff. Tatsächlich. Das kann man hier schon mal einsetzen. Ach, das ist ja geil. Uh. Aha. Ja. Aha. Das ist spannend. So. Und hier bestimmt die Kurbel, oder? Aha. Der Griff hat sich aus der Fassung gelöst. Na, sowas. Weißt du, wir können ihn auch wieder mitnehmen. Aha. Oh Gott, was ist das denn? Hä? 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 Okay. Kann man hier irgendwie so in... Ja, äh... In Feldabständen... Verschieben. Das ist also das Richtige. Aha. War das jetzt richtig, das zu raten? Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt's da halt nicht, ne? Oder hätte man sich das irgendwie... Ach, da unten war ja... Äh. Da unten war ja noch was. Ups. Ach gut, aber so viele Möglichkeiten gab's da jetzt nicht. Ah, geil! Ach, guck mal. Hier so, so... Luft-Hockey. Äh. Das ist ja geil. Kann man es bewegen? Ja. In der Tat. Aha. Und wenn man es einmal anschubst, dann geht das die... Die ganze Strecke, ne? In Ordnung. Dann hätte ich eine Idee. Wie wär's damit? Oha. Und am Ende macht's... Gong! Haltet euch jetzt schon mal die Ohren zu. So, nächster. Hm? Ah. Überlegen, mal überlegen. Wir könnten zum Beispiel... Funktioniert das, wenn ich hier hingehe? Ach so, dann sind wir ganz da drüben. Genau. Kommen wir da durch? Ah, da kommen wir durch. Ah, in Ordnung. So, ehrlich gesagt, nicht danach aus. Aber gut. Hm? Schwingen, schwingen. Gut. Dann müssten wir eigentlich... Also hier müssten wir mit einem hin. Oder hier. Ah, wir probieren einfach mal. Also, wenn wir hier runtergehen nochmal. So, wir können zum Beispiel hier hin. Ah, nee. Das wäre jetzt... Das. Genau. Ich glaube, da kommen wir nicht sonderlich... Ah, doch. Warte mal. Wenn wir so machen, sind wir doch schon mal einen Schritt weiter, oder? Ja, genau. Dann gehen wir hier hin, da hin, da hin. Aber er meinte doch, da könnte man noch irgendwas einsetzen, oder? Das ist ja auch interessant. So. Mh... 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 Wie wäre es folgendermaßen? Wir machen im Grunde das, was wir eben gemacht haben, wenn wir es nochmal hinkriegen. Äh... Und zwar... Na? So. Dann müssen wir... So. Äh... Warte mal. Was wollte ich jetzt... Was wäre jetzt der Plan gewesen? Ne, hier müsste ich hin. Ja, dann müsste ich eigentlich nur... Moment. Ist ja easy. Einmal so rum. Dann so. Ah... Ähm... Ja, wahnsinnig lang werden wir nicht machen. Also, ich würde versuchen, hier dieses Kapitel noch abzuschließen. Je nachdem, wie lang das geht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn das so lang ist, wie das eben, dann... Dann wären es noch irgendwie so 40 Minuten. Aber... Ich kann es nicht sagen. Mal schauen. Aber nach diesem Kapitel würde ich ja auch so langsam mal... So langsam mal Feierabend machen. Oh! Kommen wir weiter rein. Weiter hinein. Oh ja. Ah! Es ist ein... Natürlich irgendwas mit Zahnrädern. Das ist natürlich der wichtige Part hier. Äh... Was ist denn hier zu tun? Was ist denn hier Phase? Aha! Wir können hier wieder was einsetzen, oder? Aha! 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 Okay. Ja! Das ist lieb. Das freut mich natürlich. Das freut mich natürlich... Wenn... Du... Gern hier bist. Und das ohne, dass ich dich bezahlen muss. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wir könnten da... Was nutzt es denn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich müssen wir da hin, oder? Äh... Warte mal. Ne, so nicht. Man kann das auch nur... Ja, ja. Man kann das nur in rechten Winkeln. Schieben... Ah... Schieben... Schieben... Drehen... Irgendwas. Gut. Ne... Das funktioniert so... Nicht. Kann ich hier irgendwas noch einsetzen, ey. Ein Rad mit einem Griff. Sehen wir denn hier irgendwo... Diese vier Aussparungen. Also hier jetzt nicht. Hier an der Seite irgendwo? Ne. Hier an der Seite irgendwo? Ne. Was ist das denn hier? Sehe ich nicht. Hm. Och, ihr Pride. Ach ja. Schön. Ist ja irgendwie das Einzige, das ich im Moment so... Akut... Sehe. Wenn es denn überhaupt... Also, wenn das überhaupt das... Ach! Ich kann das hier noch bewegen. Ich bin so schlau. Ich bin einfach so gut. So keil, UK. Ihr wisst schon. Ah! Knopf. Zack. Gut. Nehmen wir uns diesmal vielleicht das hier als Vorbild. Ja, jetzt wird's schon... Jetzt sieht's schon anders aus. Bisschen. Hier so. Dann... Ähm, 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 ähm... Äh... So. Tatsächlich. Und dann so, oder? Probieren wir es. Zack. Ja. Das wäre jetzt schon ein bisschen schwieriger zu raten. Ein Zahnrad. Wer hätte denn das gedacht? Ach, jetzt werden wir auch direkt rausgeschmissen. Das ist ja interessant. Aha. Okay. Das hier hatten wir uns angeguckt, ne? Äh, ja. Okay. So. Also. Folgendermaßen. Wir haben eins... Ach, das ist so ein Ding. Okay. Kann man hier noch irgendwas verschieben oder so? Nee. Hm. Nein, doch. Oh. Hm. Ah. Hm. So ist das zu verstehen. Aber doch nicht in die laufenden Maschinen hier reingreifen. Das ist doch ein Sicherheitsrisiko. Unfassbar. Cool. Wir haben echt eine Treppe. Seid ihr euch da sicher? Also das Level-Design hier ist auf jeden Fall komplexer als in den ersten zwei Teilen. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Was ist hier? So was? Nee. Gut. Ach, hier gehört... Ja, ja, ja. Mehrere Fassungen. Dann machen wir noch einmal so. Dingel, dingel, dingel. So. Dengel, 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 dengel. Und? Sag ich doch. Ah. Ah. Die Sicherung. Wir haben übrigens immer noch die Kurbel, ne? Ah. Da können wir glotzen. Sollen wir mal glotzen. Ah. Das ist schon cool. Okay. So. Wie ist das zu verstehen? Wenn wir das bewegen. Wieder The Witness. Also wenn die nicht... Wenn die... Wenn die nicht The Witness kennen, dann weiß ich nicht. Eindeutig. Ah. So. So was von. Ah. Ah, ja, ja, ja. Hier so. Nee. Halt. Halt. Und flups. Und was kriegen wir? Das Licht. Also... Ja. Das geht. Das ist kein Problem. Da bin ich voll Profi. Ein Ziffernblatt. Made in Taiwan steht hier, glaube ich. Okay. Mit einem kreuzförmigen, plusförmigen Ausschnitt. Hm. Hier sind wir fertig, ne? Da sind wir fertig. In Ordnung. In Ordnung. Mal noch irgendwie hochgucken. Oh ja, hier. Glocken und so. Gut. Gucken wir mal, ob wir das irgendwo einsetzen können. Ja. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel, ne? Übrigens. Just saying. Ah, also hier ist auch noch ein Kristall. Kristall mit Ü. Ähm, nee. Ah, hier vielleicht. Ist das echt so ein großes Ding? Ja, scheinbar. Ach du Scheiße. So, was? Wieder N Damenprobleme oder was? Mhm. Das ist ja cool gemacht. Ja. Und was ist das Ziel? Alle schlagen, oder? Nehme ich an. Beispiel so. Dann, äh, so. Und dann... Ja, ja doch so. Zack. Gut geraten, wa? Und die nächste Maschinerie. Also. Wir haben Schienen. Ah, muss mal irgendwie Strom anmachen. Warte mal. Aha. Auch wieder Getriebe, ja. Das ist Mechanical Age. Für die unter euch, die vielleicht Mist kennen. Das ist Mechanical Age. Nur ein bisschen. Ah. Bop, 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 bop. Ist hier irgendwo... Hä? Da, da. Wegen nur einzelnen Aussparungen. Ne, ne. Ne, 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 ne. Aber das ist das, was ich meinte. Das sind jetzt nicht so per se Rätsel. So Mega-Rätsel. Das sind eher so mechanische Spielereien, oder? Ich meine, das ist auch schön. Ah. Zuppel, zuppel. Ja. Es steckt auf jeden Fall viel Kreativität drin in diesem Spiel. Aber hallo. Würde ich im Leben nicht drauf kommen. So, und was haben wir hier? Ja, nächstes Level. Hahaha, lustig. Ja, das passt. Äh, hier bräuchten wir... Man kann das sich eigentlich relativ... Das gilt hier, oder? Das hier gilt dann nur als ein Feld wahrscheinlich, ja. Kann sich's relativ einfach machen, weil, naja, man muss sich halt irgendwie nur so ein Teil angucken erstmal. Aber jetzt nicht allzu viele Variationsmöglichkeiten... Gut. Auf jeden Fall ist das, das ist das ultimative Spiel zur Mustererkennung und so. Äh, ein Griff mit einer Fassung, ja. Ah, ist das vielleicht für die Tür? War da nicht so ein Zahnrad ohne, ohne Verbindung? Oh, was ist das denn hier? Guck mal hier, guck mal hier. Ah! Ballerina-Figur. Ach, jetzt geht's auch zu. Das ist ja lustig. War da nicht noch was an der Tür? Egal. Anyway. Ist da noch was? Hier komm ich noch ran. Okay. Noch eine eigenartige Pyramide, aber diese Riegel kann ich nicht öffnen, ja noch. Wir machen erstmal die Tür hier auf. Zack. Es ist eine Klinke. Es ist im Wesentlichen eine Klinke. Hm. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nicht Spoiler. Nein. Nein. So ist, äh, fein. Hm. Okay, wir haben ein weiteres Bild, das uns noch nicht, äh, wirklich gezeigt wird. Hm. Gut. So. Ah. Eine, äh, Musicbox. Ah. Ja, in der Tat. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Schlüssel. Aufziehschlüssel, genau. Warum hab ich denn schon wieder so Hunger? Doch wirklich, vor dem Stream was gegessen. Komisch. Irgendwie... ...hätte ich schon wieder Appetit. Hm. Ihr mit euren Erzählungen von Pizzen. Muss man ja Hunger kriegen. So, zusammensetzen, zack, 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 zack. Ähm, so. Und nee, so nicht. So. Ja, das ist richtig. Das ist allerdings korrekt. Das müssen wir bei Zeiten auch mal machen. Aber hallo. Hm. Habe ich Tom vorhin gesagt. Wann er denn mal wieder da ist. Und wir spielen können. Dann meinte er, ja, um halb acht ist er wieder da. Da hatte ich allerdings auch schon was anderes angekündigt. Da weiß ich jetzt nicht, ob er nur deswegen jetzt nicht da ist. Oder... ...das doch eine schlechte Entscheidung gewesen wäre, jetzt mit South Park anzufangen. Egal. Hm. Ich habe mir vorhin... Ich habe mir so einiges geholt. Ich könnte tatsächlich einen Toast machen mit irgendwas. Das wäre eine Möglichkeit. Hm. Ah ja, jetzt geht sie woanders hin. Ja. Müssen wir denn die zweite hier auch einsetzen? Oder wie sieht es aus? Was ist denn das Ziel? Da? Oder wie? Oder wie? Oder was? Ich vermute mal. Ähm. 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 Naja, ich bin auch ein bisschen gespannt. Sag mal, das wird man doch noch irgendwie drehen können oder so, oder? In die Mitte. Ach, in die Mitte. Ah, da ist quasi das Ende, ja. Ja, in Ordnung. Sehe ich ein. Sehe ich ein. Aber warum kann ich die zweite dann hier überhaupt nicht irgendwie einsetzen oder so? Oder erst mal die eine. Das kann ja sein. Wir müssen irgendwie... Ah, können wir sie vielleicht hier auf diese Spur bringen? Ah, das ist doch schon mal gut. Jetzt lassen wir sie da vorbeifahren. Und dann so. Ah. Okay. Nice. Jetzt ist da auch eine Öffnung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hallo, Max Kingen. Guten Abend. Oh, Musik wird schneller. Hektischer. Panischer. Musik merkt er. Och, hier wird verkacken. Ja, ja. Ah. Nee, so noch nicht. Äh. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie müssen wir das tun? Ich müsste... Ah, ich sehe was. Nee, ah, das wollte ich nicht. Ah, zu früh. Zu früh, zu früh, glaube ich. Ich gehe nochmal da drauf. Ja, ja, genau. Auf den großen Kreis. Hm. Ja, okay, okay, okay. Probieren wir es mit dem Nippel. Und der Lasche. Pass auf. Ja, mal so. Hm. Und dann da drauf. Und dann sind wir am Ziel, oder? La, 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 la. Genau. Kabi Approve. So. Schön. Sehr gut. Und was haben wir? Ein Edelstein. Wie könnte es anders sein? War es nur einer? Oh. Das ist aber schick. Das ist irgendwie cool. Zwei zusammen fusionierte. Schön. So. Und was machen wir damit? Ähm. Ähm. Können wir irgendwo anders denn noch generell was machen? Ah, hier ist was. Ah. 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 Und was ist das da unten? Mhm. Mhm. Müssen die beiden States dann herstellen. Uh, das ist bestimmt so ein ganz, ganz schwieriges Ding. Und hier kann man dann drücken, wenn man fertig ist oder resetten oder sowas. Kann ich das von hier aus machen? Nee, natürlich nicht. Ah, so. Alle blau bis auf die hier so. Aha. Okay. Okay. Und wie funktioniert das? Ach so, die so einfach einzeln. Ich dachte, dass die jetzt irgendwie miteinander kombiniert sind und sich komisch halten und so. Oh, das war aber genau falsch rum, ne? Alle blau bis auf die. Hehe. So einfach ist es dann doch nicht. Ah. So. Ach, das ist ja ganz einfach, das ist ja trivial. Da muss man ja überhaupt nichts für können. Hm. Hm. Okay. Ich vermute mal, dass wir jetzt noch den zweiten State herstellen müssen, oder? Hier einfach in Spalten entlang. So. Aha. Schattenspielchen. So, so. In Ordnung. Und damit kann man sicherlich drehen, ne? Hm. Yo. Was soll das denn werden? Äh. Ja. Äh. Ja. Das sieht hier so, also das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Kralle oder sowas. Ja, hier ist die zweite. Aha. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Hm. Krähe. Hm. Na, guck. Ein Schlüssel mit Vogelsymbol. Cool. Nice. Und Edelsteinaugen bestimmt. Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. So, jetzt haben wir schon zwei Schlüssel. Warum habe ich den Aufziehschlüssel eigentlich immer noch? Nur so Interesse halber. Ah. Bop, 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 bop. Ja. Können wir auch noch Randgewirrsch. Noch mal aufziehen. Nur so. Ne. Können wir offenbar nicht. Hm. Da kommen wir auch nicht hin. Okay. Können wir denn das hier irgendwie aufschließen oder sowas? Hm. 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 Nee. Hier noch irgendwas zum Aufschließen? Nee. Auch nicht. Nicht. Okay. 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 Müssen wir eventuell zurück. Vogelschlüssel. Wo hatten wir denn hier noch ein Schloss? Haben wir noch irgendwo ein Schloss? Hm. Hm. Weiß ich nicht. War hier oben noch was? Das wäre jetzt aber schon ein bisschen um drei Ecken gedacht. Jetzt hier wieder zurück zu müssen. Hm. 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 Hier war nix mehr, ne? Nee. Da haben wir einfach was gekriegt. Nee. Hier war auch sonst nix. Hier war nicht wirklich viel. Nö. 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 Das hier war soweit fertig. Okay. Hier hatten wir auch kein Schlüsselloch oder so, ne? Hm. Also, ja. Hm. Gut. Weiß nicht, ob hier noch was fehlt. Eigentlich sieht es schon schwer danach aus, als ob da noch was fehlt, ne? Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Gut. Er hat Kristall. Ja, ja. Das ist schon merkwürdig. Das ist jetzt nicht das merkwürdigste, was wir je gesehen haben in diesem Spiel. Aber, ja. Ne, vielleicht ist da doch noch irgendwas zu erledigen. Können auch mal wieder einen Tipp nehmen. Haben wir schon lang nicht gemacht. Eigentlich. Dann ist das ja irgendwie wieder was nicht so offensichtliches. Sag mal, aber den hier kann man nicht irgendwie nehmen oder so, ne? So ein bisschen wie, als würde hier noch einer fehlen oder so. Der andere, den wir da haben. Hm. Ach komm, wir machen es mal. Ich muss mir diesen Metallkasten an dem Pfeiler im Hauptraum anschauen. Was? Metallkasten an dem Pfeiler im Hauptraum. Ich nehme an, das ist der Hauptraum. Pfeiler. Ist das hier wieder so ein Ding, wo man irgendwie... Hier irgendeine Kleinigkeit finden muss? Das gab es in den früheren Teilen auch schon mal. Ah, warte mal, warte mal. Pfeiler, Pfeiler, Pfeiler. 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 Im Metallkasten ist ein Schlüsselloch. Ach so, doch. Echt? Wo? Hier oben? Hier komme ich ja nicht mehr hin. Ist hier eins? Nee. Nein, ja, nein. Was? Schlüsselloch? Oder ist irgendwas anderes gemeint? Das ist doch hier der... Das wird doch der Kasten sein, oder? Die... Die... Irgendwo... Da irgendwo... Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Hm. Hm. Bop, 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 bop. Hm. Merkwürdig. Ist hier noch irgendwo was? Nee. Ein anderer... Ein anderer Kasten gemeint. Ich habe doch einen Schlüssel mit einem Vogelsymbol. Ja. Mit dem kann ich den Kasten bestimmt öffnen. Ja, aber wie? Wo? Hä? Da ist irgendein anderer Kasten gemeint. Kannst du mich verarschen? Willst du mich flachsen? Ich glaube, ja. Bestimmt müssen wir erstmal so drauf gucken. Dann, 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 dann sieht man die Hotspots. Oh. Mal wirklich voll durchgucken. Ganz komisch. Ey, sag mal. Sag mal. Sag mal. Ja, sonst ist doch hier nix. Ähm, 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 ähm. Ich fühle mich verarscht. Irgendwie von der Seite noch drauf gucken. Helft mir. Seht ihr irgendwo ein Schlüsselloch? Bin ich denn am richtigen Kasten dran? Das täte mich erstmal interessieren. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Sieh, das sieht auch sehr verdächtig aus, ne? Was hier so reingedrückt ist. Ähm, 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 ähm. Ja, ja, ja. Ja, die Riegel, natürlich. Ich hätte jetzt auch gerne Schokoriegel. Mmh. Hm. Assoziation. Man kriegt, wenn man Hunger hat. Oh, sag mal. Dem kann ich den Kasten öffnen. Ja, ja. Ich muss mir diesen Metallkasten an dem Pfeiler im Hauptraum anschauen. Ich glaube, ich bin hier irgendwie falsch. An dem Pfeiler. Ist das hier ein Metallkasten an dem Pfeiler? Äh. Ach, den gab's ja auch noch. Stimmt. Oh mein Gott. Der Metallkasten an dem Pfeiler habe ich ja vollkommen vergessen. Der ist ja auch ziemlich gut getarnt. Oh, okay. So einfach ist das. Oh. Gut. Und jetzt? Ne, geh weg mit deinem Kasten. Da will ich gucken. Nicht? Muss ich mir ihm folgen? Ja, ich vermute fast mal Ich vermute fast mal Dass sich das damit erledigt hat Aha Vielleicht kackt er uns einen Schlüssel aus Diese Glocke ist mir vorhin schon aufgefallen, dass sie ja so schräg hing Gut, 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 gut Okay Boah, Entschuldigung Dann gucken wir doch mal unten Was wir da jetzt machen können mit dem Bild Hui, Mann, ist der flink Warum haben wir hier noch diesen Aufziehschlüssel Was für eine Form hatte der? Warte mal, warte mal So, kreuzförmig In Ordnung Ah ja, wieder sowas Gut Kennen wir, machen wir Äh, ich würde am liebsten sagen Kein Problem Aber das wird sich noch zeigen Äh, äh, na Nicht Äh Warte mal, warte mal Hm, ah doch, doch, doch Da, weiter Do, weiter So, ja, 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 ja Sehr gut Äh Äh Äh, ja, warte, warte, warte So Und, ja Kompliziert Ja Aha Jetzt wieder ein bisschen zurück Äh, ein bisschen vor Hin und her Müssen wir wahrscheinlich, ja, so rum Und dann haben wir es geschafft Sehr gut Puh Ah Das Gegenstück Gut, 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 gut Hatten wir die richtige Vermutung schon mal Ham Wird hier schon so ein bisschen hin und her geschickt Ich mochte das bei The Room eigentlich immer Dass es relativ kompakt war Der Bereich, in dem man sich bewegt hat Hier wird man so ein bisschen Naja, eben Man hat so ein paar Räume, die nebeneinander sind Wo man immer hin und her muss Oh, ist okay Ist okay Es ist, äh Es ist nur Eine Beobachtung So Eine Feststellung Hm Guck eine an Wer hätte denn das Mann, ist der riesig Wer hätte das gedacht Natürlich Der Gong Die große Entstaubung der Kirche Ah Was macht es hier wieder? Genau Und die gehen alle gleichzeitig auf Aha Oh Dann Nehmen wir Nehmen wir mal Kapitel abgeschlossen Yes Und wie lange hat es gedauert? Na, keine 40 Minuten 54 Insgesamt Von da, wo ich gesagt habe Noch 40 Minuten Oh, knapp Beeindruckend Du hast die erbarmungslosen Mechanismen Des Urturms bestanden Und bist noch am Leben Aber taub Das Leuten zeugt von deinem Fortschritt Doch alles Hat seine Mühen Das ist richtig Es ist vor allem mühsam Hier bei einem Million Grad mindestens zu sitzen Und zu schwitzen Und auch noch zu rätseln Und daher würde ich sagen Wir machen für heute mal eine Pause Oder? Wie wäre es? Außerdem habe ich Hunger Und wie spät ist es? Halb zwölf Naja Gut Am Samstag ist es jetzt Das ist vertretbar Aber Ich bräuchte trotzdem mal eine kleine Pause Und daher würde ich sagen Ich mache jetzt erstmal Für YouTube Eine kleine Abmoderation Und dann sage ich im Stream Gleich noch Tschüss Und gleich noch fünf Minuten reden Aber für die Aufnahme erstmal Vielen, vielen lieben Dank Fürs Zuschauen Fürs Miträtseln Und fürs Durchhalten Und wenn ihr Bock habt Dann sehen wir uns Das nächste Mal wieder Und bis dahin Macht es gut Und Tschüss So Zack Cut Gut Ja gefällt mir Funktioniert gut Nice Nice Dankeschön Ah Oh Gott Diese Musik Warte mal Ich brauche irgendeine andere Ähm Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Irgendwas hier Von der Sorte Ah Ist okay Erstmal strecken Und jetzt beenden sagt Er speichert sicherlich An der Stelle Mit Sicherheit So Beenden Ja mach mal Cool Dann Oh Wenn wir das nächste Mal weiter rätseln Wenn wir Lust drauf haben Oder 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 noch irgendwas anderes Dazwischen schieben Mal schauen Einfach mal gucken Hm Huh An Merch Merch Was schwebt ihr vor? So was hier Ich Bam 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 Oder So was hier Äh Da Na ja Also Punkte einlösen Kanalpunkte einlösen Und dann musst du mir Auf irgendeinem Privaten Kanal Zum Beispiel Discord Oder Ochierdochizock.de E-Mail Eine Adresse Schreiben Wo ich dir das Zeug Hinschicken soll So ist es gedacht Ach ja Hatte ich dir irgendwann schon mal was geschickt? Wahrscheinlich nicht, oder? Genau Die Kanalpunkte Kannst du da irgendwie Unterm Chat einlösen Wahrscheinlich hast du inzwischen schon genug gesammelt, oder? Vermute ich Nee Was? Was? Oh, jetzt merke ich, wie müde ich werde Ah Was esse ich gleich noch? Esse ich noch Toast? Boah, ich muss echt was essen Das ist ganz komisch Habe ich mich so verausgabt Dass ich jetzt schon wieder Hunger habe Ich habe doch eine TK-Pizza gegessen Die war doch eigentlich relativ Hm Sättigend Was ist denn da? Hast du da gar Gar keinen Gar keinen Button Zum Einlösen der Der Punkte, oder was? Auf was für einem Gerät guckst du denn? Auf einem Mobilgerät, oder? Im Browser Oder noch irgendwie anders Ich weiß gar nicht, wie das auf dem Handy oder so ist Keine Ahnung Habe ich selber noch nicht ausprobiert Ach, PS4, okay Äh Vermutlich gibt es dann da keine Möglichkeit, oder? Oder vielleicht irgendeine versteckte Also Keine Ahnung Gute Frage Naja Im schlimmsten Fall Im schlimmsten Fall Sagen wir halt einfach Skippen wir diesen Schritt Und schreibt mir einfach im Discord Oder so Gute Frage Vielleicht haben die ja Vielleicht haben die diese Funktion ja nicht implementiert Hm Ansonsten Ansonsten also Wenn du die Punkte einlösen willst Du kannst dich natürlich auch einmal im Browser Irgendwie Am PC Oder so Ähm Ja siehst du Kabifu spendet dir seine Punkte Ah ja So so Noch am Sammeln Dann schnell den Stream beenden Damit dir auch das nächste Mal wieder einschaltet Ah Naja Ne aber ansonsten Ja also Falls du die Möglichkeit hast Halt am PC einmal Einmal einlösen Na gut Der Kabifu Der hat dir seine Punkte geschenkt Sehr gut Danke dafür Bedanke dich bei Kabifu Kein PC Na gut Dann Dann machen wir das jetzt eben so Hm Hm Stimmt Das stimmt Überhaupt Einige Leute Den ich damals schon Deckel geschickt habe Haben halt keine Buttons Kam später erst dazu Hm Na mal gucken Vielleicht werden wir das ja irgendwie mal Geregelt kriegen Ja und ansonsten Ähm Stellt sich dann natürlich noch die Frage Wie du mir die Informationen Wo ich das hinschicken soll Äh Gibst Äh Falls du ein Mobilgerät hast Oder so Wie gesagt Eine E-Mail Ochiert ochizock.de Oder Hier eine PM Auf Twitch Oder Discord Zum Beispiel Rochi.chat Wäre die URL Zum Discord Ja Username angeben Ist Ist nützlich Aber schreib es jetzt nicht hier In den Chat Sondern Eine PM Wenn das nicht geht Dann kann ich dir auch nicht helfen Ich glaube ich muss so Ähm Wie bei War das bei Spyduck Da kann man auch Punkte ausgeben Für Millionär Kostet Höchstwahrscheinlich Eine Million Punkte Ich weiß nicht Was man dafür kriegt Aber das wäre was für Kabifu Oder Ja Okay Ich habe eine Flüsterung Gekriegt Ach ja Übrigens Ausland kostet Natürlich extra Nur so zur Information Also tatsächlich Kostet es halt Ähm Ja Also ich würde mich über einen Sub freuen Eventuell Oder Bits Oder so So als Ausgleich Oder so Als Portokasse Aber ist also Ist optional Aber ist nur so ein Tipp Ach ja Na gut Boah Ich bin platt Oh Bin ich ein bisschen kaputt Ich werde jetzt dem entgegensteuern Mit Äh Essen 250.000 Punkte Bist doch Bekloppt bist du Was tust du Oh Dankeschön Für die Bits Ja Ach ja Ich muss mal gucken Wie Wie teuer Das ist überhaupt Keine Ahnung Ich hatte irgendwann Schon mal in die In die Schweiz geschickt Aber ich weiß nicht mehr Wie viel es gekostet hat Ich glaube das kostet auch Es gibt irgendwie so einen Tarif Damit kann man einfach International dann Verschicken Das ist nicht irgendwie nach Ländern gestaffelt Oder so Irgendwie ein So ein International Tarif Naja Mal gucken Egal Boah Hier muss Sauerstoff rein Ich merke richtig Das schwer Schwer fällt Zu atmen Hier inzwischen Bevor der Ochi Euch umkippt Wird er hier gleich nochmal durchlüften Versuchen Irgendwie Irgendwie Muss ich es Schaffen Gut Gut Aber zunächst einmal Sage ich Vielen lieben Dank Fürs Zuschauen Natürlich Fürs Miträtseln Ich hoffe es hat ein kleines bisschen Scharpass gemacht Auch wenn das ein Es ist sicherlich kein Spiel für jedermann Muss man schon sagen Sehr ruhig Sehr chillig Mir gefällt es Ab und zu Ab und zu kann man sowas machen Ja Ein bisschen als Ausgleich Gerade bei dem Wetter Wenn man hier sowieso so abhängt Ist das okay Besser als sowas stressiges Oder So ein Doom Eternal Oder sowas Nun gut Ja Kacke im Schuh Ja Ja Boah NVR Auf jeden Ne Sehe ich nicht Ne Sehe ich nicht Ui Nun gut Puh Hm Ich glaube Max King Ist auch ein bisschen zu warm Oder Ja Es wird schon schwierig Hm Ne Ne Kacke im Schuh Sehe ich Sehe ich nicht Ich glaube ich mach Toast Das kann man auch so gut dosieren Das ist ein Vorteil Das ist natürlich Das wäre gemein Wenn so ein Bubble Einem einfach solche Sätze Unterschiebt Ne Und einen im Glauben lässt Dass irgendwas komplett anderes heißt Hehehe Das wäre fies Hm Na gut Aber Jetzt erstmal Ich wünsche euch noch Einen Wunderschönen Abend Wunderschönen Abend Ah Und da gucken wir Das nächste Mal Wer weiß Vielleicht Streamt ja Spyduck Wieder irgendwas Wo wir einfach Uns da Da dran Klinken können Oder so Wir werden sehen Was passiert Winke Winke Schon einmal Ansonsten Natürlich noch eine Ne Kann man auch mal machen Ich glaube auch War doch cooler Als gedacht Also ich Ich hatte keine Erwartung Was heißt cooler Als gedacht Ich hab mir nicht Wirklich viel Dabei gedacht Einfach mal Ausprobieren Aber cool Ja Ich wünsche euch auf jeden Fall Noch eine gute Nacht Weil ich bin schon Komplett Ich bin schon Wieder woanders Mit dem Kopf Beim Toast Hört ihr meinen Magen Schon knurren Träumt etwas Sehr schönes Lasst es euch Gut gehen Und Ja Mal gucken Wann wir das nächste Mal Strömen Regulär Am Montag Aber Schauen wir einfach mal Ja Ein Toast Auf euch Ein Toast Auf euch In diesem Sinne Gehabt euch wohl Bis zum nächsten Mal dann Und lasst es euch gut gehen Und ihr wisst ja Bis zum nächsten Mal dann Macht es gut Gute Nacht Und tschüss Bis zum nächsten Mal dann Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.